Herzlich willkommen, schönen guten Abend hier bei Critical Life. Ja, Max, hattest du gerade so in die Kamera gewunken, habe ich gesehen, ich habe dich aber nicht hören können. War was? Nein, alles super. Sehr gut. Ich war jetzt frech, ich habe den Countdown drei Sekunden vorher abgebrochen. Ich hoffe, die Community kann uns das verzeihen. Ja, heute sind wir zu dritt. Ihr seht ja meine Wenigkeit und bei mir Max und Marta. Und wir sprechen heute über zwei Talkshows und vielleicht noch als Goodie am Ende über das Klaus-Lederer-Interview bei Thilo Jung. Es geht vor allem um Framing, diesmal vor allem um konservative Framings. Korrigiert mich, wenn ich da was falsch sage. Und ja, ach so, eine Kleinigkeit, ganz wichtig. Wir hatten am Anfang, wir haben hier ein neues Setup, wie ihr seht und so. Und es kann zwischenzeitlich mal zu kleinen technischen Irritationen kommen. Eigentlich sollte alles laufen, aber ihr wisst ja, wie das ist mit der Technik und so. Ja, willkommen Max und Marta. Wie geht es euch? Hi, ja sehr gut. Genau, du hast schon angekündigt, dass unser Setup heute ein bisschen neu ist. Also nicht nur unser Streaming-Setup, wir haben ja eine neue Software jetzt, die wir benutzen, um das zu machen, sondern auch bei uns gerade versuchen wir gerade aus dem gleichen Raum mal zu streamen und zu gucken, ob das funktioniert. Wir hatten gerade bei der Probe schon manchmal Audio-Probleme, aber wir kriegen die immer gefixt, wenn sie auftauchen. Also falls es passiert, David sagt uns Bescheid und dann dauert das nicht lange oder sind die sofort wieder weg. Und vielleicht haben wir es sogar ganz wegbekommen. Wir werden sehen. Jemand schreibt, Mighty Ball schreibt gerade, Max, du bist ein bisschen leise. Kannst du dich vielleicht einen Ticken lauter stellen? Ein bisschen leise, das ist ja schon mal ein guter Hinweis. Das versuchen wir jetzt. Bei mir kommst du gut an, aber ich weiß, dass es im Stream immer so ein bisschen anders ist und ich bin eh immer furchtbar laut. Gucken wir jetzt mal, ob sich irgendwas geändert hat. Das ist jetzt schon ein bisschen besser für euch. Bin ich ein bisschen lauter. Sprecht mit uns, Shad. Sprecht mit uns. Ansonsten sagt uns gleich nochmal Bescheid. Genau, sonst kann Marta mal weiter machen, weil da müssen wir natürlich auch noch hören, ob sie gut zu hören ist. Genau. Marta, was geht? Hi. Ja, es freut mich hier zu sein und vor allem auf die Sendung, die wir uns gleich angucken. Das hast du gerade schon gesagt, es geht um konservative Narrative, aber natürlich gucken wir uns auch die progressive Kommunikation an und so ein bisschen was progressive besser machen können. Genau, es freut mich drauf und hoffe, ich bin gut zu hören. Ich bin manchmal abgehackt. Entschuldigung, Dorpinsel schreibt, ich bin manchmal abgehackt. Okay. Ich hatte gerade auch ganz kurz ein Verbindungsproblem. Ich kann sein, dass mein Internet gerade ein bisschen stottert. Ich würde es nochmal einen Moment lassen und wenn das immer noch gleich auftritt, sagt mir bitte mal Bescheid. Ja? Gut. Wollen wir eigentlich mal direkt einsteigen, weil wir haben uns ja einiges vorgenommen für heute. Ja? Zuerst einmal gucken wir uns Maybrit Illner an. Fun Fact, ich wäre da fast Gast gewesen. Ich habe auch ein YouTube-Video gemacht, weil es geht da um Fachkräftemangel und Arm trotz Arbeit und so ein bisschen wird da angerissen. Ich haue euch das, mein Video mal in die Dings, in die Kommentare. Ein Moment. So. Ja, also da war halt ganz spannend, dass Sie da zwei Leute hatten, die wirklich hardcore-konservativ argumentiert haben und teilweise auch in sich widersprüchlich. Ja, aber wollen wir da vielleicht uns mal gar nicht lange Zeit mit der Vorrede verschwenden? Werden habt ihr euch denn zuerst rausgesucht bei Illner? Ja, bei Illner haben wir uns Carsten Linnemann zuerst rausgesucht. Genau, also es ging ja bei der Sendung um den Fachkräftemangel und da waren Carsten Linnemann, Zugast Ricarda Lang, Sarah Weber, Andrea Nahles, Elisabeth Nier von der Hertes-Stiftung und Jörg Dietrich, Präsident des Sozialverbandes des Deutschen Handwerks und Dachdeckermeister. Wir werden uns wahrscheinlich nicht alle heute angucken, weil sonst wäre das etwas lang. Wir werden uns so die interessantesten Redebeiträge mal rauspicken und auf die genauer eingehen. Und ja, der erste, der beginnt in der Minute 21. Da pitcht Carsten Linnemann von der CDU die Aktivbente. Ja. Und ich würde sagen, wir gucken uns das einfach erst mal an. Genau. So, startet ihr? Soll ich klicken? Ah, klickt du? Ja, ne? Ist schon eingestellt, ne? Dann bleiben die dann etwas dazu verdienen und ich kann das bestätigen. Ja, auch so ein Mitarbeiter, der schon jetzt das Rentenalter erreicht hat, der im Winter sagt, ach, da bin ich mal acht Wochen zu Hause, Meister. Und danach komme ich dann wieder zu meiner Kolonne zurück und mache da mit. Ja. Das ist toll. Herr Linnemann ist sowieso für die Rente mit 60. Nee, mit 70. Wir wollen doch nicht... Zunächst, um das klarzustellen, in meinem Urteil war die Rente mit 63, eines der größten sozialpolitischen Fehler der Großen Koalition. Dem haben Sie aber auch zugestimmt, Herr Linnemann. Ja. Auch mit Schmerzen vermuten. Genau. Damals habe ich ja zum Glück die Plexi-Rente noch durchsetzen können, damit die Menschen Anreiz haben, auch länger zu arbeiten, die dies wollen. Es war ein Kompromiss. Jemand, der in Deutschland, Frau Illner, 45 Jahre gearbeitet hat, der muss eine Rente bekommen, von der er leben kann. Aber diese Rente mit 63 war für die Dachdecker und Maurer, für die Pfleger, die körperlich hart arbeiten. 90 Prozent der Kollegen von Herrn Dittrich sind mit 60 Jahren nicht mehr auf dem Dach. Die hat man im Stich gelassen. Stattdessen hat man zu großen Teilen topfitte Leute aus dem Arbeitsmarkt rausgezogen, die jetzt fehlen. Und das, Frau Nahles, war meines Erachtens ein Fehler. Stattdessen hätte man die mehr unterstützen müssen, die körperlich kaputt waren. Die sind leer ausgegangen, beispielsweise bei der Erwerbsgeminiertenrente, da haben wir wenig gemacht. Natürlich. Ich war mit in der Verantwortung, es war damals ein Kompromiss. Die EU wollte die Mütterrente, am Ende kam beides. Ich habe mich immer dagegen, wir waren, glaube ich, auch bei Ihnen hier zusammen in der Sendung. Aber jetzt mal nach vorne gerichtet. Aber jetzt mal nach vorne gerichtet. Mein Vorschlag wäre eine neue Rente, eine neue Aktivrente. Leute, ich würde, wenn jetzt diese Babyboomer kommen, die Sie voll exemplarisch gerade dargestellt haben, bis zu 1,3 Millionen Menschen, die in den Anfang der 60er Jahren geboren wurden, die jetzt in Rente gehen. Ich würde für alle, die das gesetzliche Renteneintrittsalter erreichen und dann freiwillig länger arbeiten, das steuerfrei machen. Sozialversicherungsbeiträge müssen natürlich bezahlt werden, klar, auch für die Krankenkasse. Aber ich würde steuerfrei machen. Wir haben außergewöhnliche Zeiten. Es sind wirklich außergewöhnliche Zeiten. Neben der Inflation und neben unseres Wirtschaftsstandorts, unseres Industriestandorts, ist dieses Thema Fachkräfte das entscheidende Thema. Jetzt brauchen wir außergewöhnliche Instrumente. Und für mich wäre das, alle Menschen, die im gesetzlichen Rentenalter sind, die freiwillig weiterarbeiten, dürfen das tun. Also, steuerfrei. Das wäre mein Vorschlag, um da was gegenzumachen. Ich glaube, das war es, ne? Ja, genau. Das ist herrlich. Ich sehe gerade ganz kurz im Chat, da steht, das Video springt immer mal. Bisher kann man es aber verstehen. Also, wenn es irgendwie schlechter werden sollte, bitte nochmal Bescheid sagen. Ja, also, wie gesagt, wir sind hier auch komplett mit einer neuen Software am Start. Wir wissen noch nicht, was die Software kann. Und wenn die, es kann halt immer, also, es kann halt zu technischen Wickereien kommen, die wir noch nicht kennen. Müssen wir mal gucken, was da kommt, ne? Aber jetzt reden wir über diese außergewöhnliche Maßnahme in außergewöhnlichen Zeiten. Ja, die Heeds-Rente. Ja, was für ein wundervoller Name. Dass ich meine, wenn etwas so gut heißt, kann es doch nur gut sein, oder? Ja, das ist auf jeden Fall einen guten Namen ausgewerft. Und ich meine, so diese Größe der Herausforderungen und außergewöhnliche Zeiten zu beschreiben, ist natürlich auch wieder so ein rhetorisches Mittel. Was mir also besonders aufgefallen ist, ist, dass er eben so diesen, ja, diese Wohlstandssicherung besonders hervorhebt, eben so Deutschland als Wirtschafts- und Industriestandort. Also, er ist halt total in seinem CDM-Framing drin. Und gleichzeitig aber auch so sehr diese Freiheit betont. Und das Leistungsprinzip für die, die es können und wollen, ist hier ganz stark im Fokus. Und gleichzeitig aber auch dieses Gerechtigkeitsprinzip. Also einmal, was er gesagt hat, topfierte Arbeitskräfte wurden aus dem Arbeitsmarkt rausgezogen, während die, die körperlich kaputt waren, leer ausgingen. Also er spricht hier sehr, sehr werteorientiert. Also wer vielleicht beim letzten Stream, wo wir auf progressive Kommunikationen uns angeguckt haben, dabei war, hat das schon so ein bisschen mitbekommen. Und wir beschäftigen uns vor allem damit, wie können progressive besser ihre Werte kommunizieren. Und dieser kleine Pitch hier von Lindemann ist ein gutes Beispiel dafür, dass er wirklich konservative Werte ganz klar ausspricht. Deswegen so für, ja, progressive Fokus wäre erstmal total abschreckend. Aber ich glaube, so für die klassische CDU-Wählerin oder den klassischen CDU-Wähler ist es genau das, was sie hören wollen. Findet ihr nicht auch, dass er sich da eigentlich in seinem eigenen Narrativ unfassbar widerspricht? Weil er sagt doch irgendwie erst, die Rente mit 63, die wurde halt nur für diese Dachdeckgabe gemacht. Dann erzählt er irgendwas von 10 Prozent, die nicht mehr arbeiten können in dem Alter. Und alle anderen können das ja noch. Und dann sagt er, diese anderen, diese 90 Prozent sind ja quasi das Opfer. Das Opfer, weil sie, weil sie nicht mehr arbeiten dürfen, so ungefähr. Ja, wie Dorrpinsel hier schon richtig schreibt, als wenn man als Rentner gar nicht mehr arbeiten darf, weil es ja auch Unsinn ist. Ja, genau, wunderbar. Und als sind sie das Opfer, so, ja, in seiner Welt. Und dann dreht er das mal wieder um und sagt, dann hat man aber auch nochmal die anderen im Stich gelassen. Also ich habe diese Argumentation auf so einer logischen Ebene nicht verstanden. Habt ihr das verstanden? Manchmal muss ja nicht alles logisch sein. Es gibt so viele Widersprüche in den konservativen Framings, dass das am Ende gar nicht so der Kern ist. Es gab auch einen sehr guten Beitrag von Maurice dazu, der diese Debatte auch schon analysiert hat, die wir auch gesehen haben, wo er auch sagt, dass es wirtschaftlich auch total Quatsch ist, was er da vorschlägt und auch eigentlich gar nicht rein rechtlich wahrscheinlich auch fragwürdig ist, ob es überhaupt möglich ist, weil man dann Arbeit anders besteuert und das eigentlich da ein Gesetz gibt, dass das gar nicht passieren darf. Und von daher ist es von der, es klingt quasi erstmal gut und er beschreibt das sehr schön und das macht auch wieder die Werte zentrierte Kommunikation, indem er von Freiheit spricht und einen guten Namen gibt mit Aktivrente. Aber der Inhalt dahinter ist eigentlich wirtschaftlich als auch von der Logik her eigentlich überhaupt nicht passend und sollte man nicht machen. Oh, Freeze sehe ich gerade. Ja, Dorpinsel schreibt gerade, Freeze, wie ist das bei den anderen? Habt ihr auch Probleme? Sind da doch Probleme, lieber Chad, ich beschwöre dich. Nö, okay. Kann dann natürlich auch regional sein, vielleicht ist bei, weiß ich nicht, ne? Also es kann halt auch immer daran liegen, dass da irgendwo gerade vor Ort eins und eins wieder den Boden aufgebohrt hat für Glasfaser oder so. Du meinst Kupfer. Genau, weitere Kupferkabel verlegt. Ja, 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 das ist ja auch so, da standen sie auch bei mir vor der Tür und sagten, ja, wir mieten ihm das jetzt an. Es ist kein Glasfaser, aber es ist genauso gut wie Glasfaser. Oh, ist da, ist da jemand, ist da jemand von unserer eigenen Crew im Chat mit angemeldet? Anscheinend, ja. Sehr gut, aber für sich, das hört sich doch schon mal gut an. Ja, da machen wir mal, ja, du, soll jetzt auch, ne, soll jetzt kein Vorwurf sein, ich kenne das ja selber. Die Caro, die auch im Chat ist, die manchmal meine Gaming-Streams mitguckt, die schreibt mir dann immer WhatsApp, wenn bei ihr, wenn bei ihr was nicht läuft. Und ich sag, Caro, entschuldige bitte, was soll ich denn jetzt von hier aus machen, dass bei dir mein Stream nicht läuft? Hallo Caro übrigens. So, nein, aber da machen wir, also, also ich finde, nochmal ganz kurz zurück zu Lindemann, ich habe die Frage natürlich gerade bewusst gestellt, ich finde das halt so krass, dass er sich in so einen offensichtlichen Widerspruch verstrickt und trotzdem mit dieser Selbstsicherheit seinen Pitch weitermacht und so tut, als hätte er hier nicht gerade zwei Minuten Bullshit geredet. Also, ähm, und keiner spricht ihn drauf an. Das finde ich halt nochmal derber. Also, das ist ja so ein argumentatives Geschwurbel, das er da macht. Also, bei ihm sind ja erst die einen 10 Prozent Opfer, dann sind die anderen 90 Prozent Opfer und eigentlich sind alle Opfer, weil sie nicht bis 70 arbeiten dürfen. Äh, hä? Ja, die Aktivrente kommt jetzt auch nicht mehr so wirklich vor in der Debatte und ist auch gut so, dass mir jetzt so viel Raum gegeben wird. Ja, aber ich finde es halt krass, also ich meine, ich hätte dann, ne, von so einer Ricarda Lang oder so würde ich mir dann eigentlich wünschen, dass da ein Widerspruch kommt, aber ich finde, das ist halt, ich musste, als ich habe, als ich das Video selber bearbeitet habe für mein Video, äh, musste ich halt an euch denken, weil ich so dachte, genau, das ist genau dieses Selbstbewusstsein, das Progressive manchmal haben müssen. Wäre mir lieb, wenn die sich nicht in so heftige Widersprüche verstricken, grundsätzlich, ja, aber mit so einem Selbstbewusstsein einfach mal auftreten und sagen, so ist die Welt, liebe Freunde. Und das fehlt mir immer und das traut sich nur so ein Carsten Linnemann. Ja, das fällt uns auch immer wieder auf und ist uns auch bei der Debatte aufgefallen, da haben wir nachher auch noch so ein paar Ausschnitte, die das ganz gut zeigen. Ja, dann wollen wir mal, äh, wollen wir mal weitergucken. Was sagt denn der Carsten als nächstes? Genau, ich glaube, wir springen jetzt schon weiter auf Minute 42 und, äh, hören uns einfach mal an, was er noch zu sagen hat. Wenn er abspielt, werden wir sehen. Ja, da, glaube ich, gerade einen kleinen Stück. Kein Bein, Menschen mehr Geld zu geben, weil an dem Faktor Arbeit die Sozialsysteme so stark dranhängen, diese Benachteiligung, die wollen wir nicht mehr hinnehmen. Es gibt sofort zwei Fragen, eine an Herrn Lindemann erstmal. Die jungen Menschen haben diese Freiheit einfach, weil es einen Arbeitskräftemangel gibt. Und das ist Marktwirtschaft und diese Freiheit, weniger arbeiten zu wollen, nehmen sie sich. Ja, das ist ein schönes Beispiel von Frau Weber, weil sie werden eine andere Verhandlungsmacht sozusagen haben, weil sie sich den Arbeitgeber aussuchen und nicht mehr der Arbeitgeber sie. Das heißt, wenn sie zum Arbeitgeber gehen und sagen, ich möchte aber zwei Tage Homeoffice haben, dort, wo es geht, jetzt nicht im Handwerk, aber dort, wo es geht, hat sie eine sehr, sehr gute Position. Auf der anderen Seite müssen wir nur aufpassen, dass Arbeit auch in Deutschland weiter etwas wert ist. Also in den letzten Jahrzehnten haben die Menschen gearbeitet aus existenziellen Gründen, um den Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Und heute ist es so, seit den letzten Krisen hat sich der Staat so weit ausgeweitet, dass er so tut, als ob er für alles sorgt und für alles verantwortlich ist. In der Corona-Krise oder auch jetzt in der Ukraine-Energie-Krise. Der verteilt so das Geld, als ob alle Lebensrisiken abgedeckt werden, selbst Bundestagsabgeordnete gegen das 9-Euro-Ticket, 300 Euro Energiepauschale, die Preis bremsen bei Strom, bei Gas. Ich brauche das gar nicht und sie brauchen das wahrscheinlich auch nicht. Und dadurch suggeriert der Staat den Menschen, das funktioniert so. Wir haben eine Vollkasko-Mentalität, die daraus wächst und es wird alles übernommen. Und da müssen wir aufpassen, wenn wir da reingehen, dann war es das mit Deutschland. Dann war es das auch im Vergleich zu anderen Ländern. Wenn ich nach Südamerika, Chile, Uruguay, wenn ich mir asiatische Länder ansehe, die sind hungrig, die wollen nach vorne. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass der Wohlstand uns nicht satt gemacht hat. Und dass Eigenverantwortung in Zukunft auch weiterhin was zählt. Frau Weber ist gleich dran und wird... Ich war gemutet. Hier erstmal Pause oder wollt ihr weitergucken? Nee, mach gerne erstmal Pause, da wurde schon sehr viel gesagt. Ja, es war natürlich die gute Vollkasko-Mentalität, wurde auch gerade schon im Chat benannt. Ja, ist natürlich... Ja, also auch hier fährt Lindemann wieder voll auf. Und auch da kommt wieder das konservative Wertesystem zum Vorschein. Eben Thema Eigenverantwortung ist ganz hoch im Kurs. Und Deutschland ist nicht mehr Deutschland, wenn Menschen nicht mehr eigenverantwortlich sind. Und wenn der Staat endlich mal aktiv wird und auch was tut, gerade in Krisenzeiten, dann ist es nicht mehr Deutschland. Ja, ist natürlich sehr absurd, aber passt halt komplett in ein sehr doll bestehendes Narrativ. Das ist der Eigenverantwortung, was wir ja seit 40 Jahren laufen, runter waren. Von daher wird das wahrscheinlich für viele Menschen vor dem Fernseher nicht... Gar nicht so absurd geklungen haben, wie es vielleicht für uns gerade klingt. Ja, das Problem ist, das sage ich auch an einer Stelle in meinem Video, der labert da halt relativ viel zusammen. Und ich glaube, viele schalten auch einfach ab irgendwann. Also da sind dann die richtigen Buzzwords drin, wo Leute so nicken, ja. Aber so richtig zuhören tun sie nicht. Und erst wenn man das auf den Seziertisch legt, merkt man so, was er da eigentlich gesagt hat. Also er sagt ja auch, ich finde die so hart, also richtig hart finde ich ja vor allem diesen letzten Teil, wo er so sagt, ja hier, diese anderen Länder, Uruguay und so, die sind noch hungrig. Und ich denke mir so, ja, die sind hungrig, im wahrsten Sinne, mein Lieber, ja. Da haben die Leute Hunger und deswegen haben die irgendwelche 16-Stunden-Tage, damit Brot abends auf den Tisch kommt, ja. Also er will hier im Grunde, also wenn ich ihn jetzt wörtlich nehme, dann möchte er hier, dass Strukturen haben wie in einem Schwellenland. Also so eine Machtverteilung zwischen Arbeitskraftnehmer und Arbeitskraftgeber. Also echt hart finde ich das. Das ist wirklich knüppelhart, ja. Der andere Wert, der da auch so stark mitschwingt, ist einfach dieser Wettbewerb, der natürlich im konservativen Wertesystem fest verankert ist. Und was er ja eigentlich suggeriert ist, wir dürfen, uns geht es gerade vielleicht noch gut, aber der Staat darf nicht dafür sorgen, dass es uns zu gut geht. Weil wenn wir glauben, dass es uns zu gut geht, dann überrunden uns die anderen Länder und dann geht es uns irgendwann schlechter. Also da ist auch dieser ganze Wert des Wettbewerbs auch international mit drin, zu sagen, okay, wir müssen dauerhaft, uns muss es irgendwie immer schlecht gehen, damit wir immer diesen Leistungsdruck haben, um weiter zu wirtschaften, um besser sein als andere Länder, um überhaupt im Wohlstand leben zu können. Also es geht nicht darum, wir haben einen guten Wohlstand und den wollen wir erhalten und möglichst natürlich auch nur erhalten, dass wir nicht weiter die Klimakrise befachen, sondern Transformationen hinbekommen und so weiter. Sondern es geht einfach nur darum, immer mehr, immer weiter, immer stärker, immer besser, um einfach nicht quasi nach hinten zu fallen und Angst zu haben, von anderen überrundet zu werden. Also diese ganzen Ideen stecken ja da drin in diesem, also so wie er es formuliert, mit der Wettbewerbsfähigkeit, kommt das alles mit hoch. Und das hört sich irgendwie wahrscheinlich für viele ZuschauerInnen auch normal an, weil wir hören das ja auch ständig, dass Wettbewerb das Ding ist. Wir müssen wettbewerbsfähig sein als Deutschland. Und was aber eigentlich quasi fehlt von der progressiven Seite, wäre zu sagen, ja im Moment, ist denn Wettbewerb wirklich die Lösung aller Dinge? Also was ist denn mit dem Gegenteil davon der Kooperation? Vielleicht ist der Kooperation ein viel besserer Weg, damit es uns allen besser geht. Vielleicht ginge es uns besser und Uruguay besser, wenn wir gemeinsam kooperieren oder wenn wir mit anderen Ländern kooperieren und zum Beispiel die Klimakrise gemeinsam lösen. Nein, das ist immer im konversativen Wertesystem der Wettbewerb. Das Wichtigste ist, nur der Wettbewerb kann uns den Wohlstand bescheren. Entschuldigung, im Chat finde ich, wird es wieder an einigen Stellen ein bisschen polemisch, aber dann doch schön auf den Punkt gebracht. Wir müssen arm bleiben, um reich zu werden und so. Müsste man nach der Logik nicht eigentlich jetzt die Bayern enteignen, damit sie wieder hungrig werden nach Wohlstand oder so? Was ja auch immer wichtig ist, es geht natürlich immer nur darum, dass nur eine gewisse Breite der Masse angespornt werden muss. Einigen wenigen ist das natürlich vorenthalten, denen geht es gut. Die haben sich das auf irgendeine Art und Weise verdient oder halt geerbt. Aber das ist auch noch eine andere Debatte. Aber es geht schon darum, eine gewisse Hierarchie in der Gesellschaft beizubehalten. Und natürlich sollen nicht alle jetzt in diesem Wettbewerb noch teilzunehmen. Es gibt immer ein paar Menschen, die sich das schon verdient haben. Und für die ist es auch okay, die sind dann die Leistungsträger und die dürfen das auch weiterhin. Ja, schon. Jetzt habe ich nicht daran gedacht, dass Bayern ja im Grunde zu 97 Prozent aus Leistungsträgern besteht. Wie konnte ich das vergessen? Nee, aber genau, ja klar, das ist immer das Narrativ, die Erzählung vom besseren und vom schlechteren Menschen. Und der bessere Mensch, der hat sich das erarbeitet. Und die anderen müssen sogar zum Zuarbeiten für die besseren Menschen noch angepeitscht werden. Er sagt doch, Linnemann sagt doch an dieser einen Stelle, ganz am Anfang sagt er doch diesen Satz, wo wir es nicht schaffen, diese Leute zum Arbeiten zu bringen. Ja, also wo er sich dann irgendwie auf Arbeitslose bezieht. Und das ist halt genau, da verrät er seine Ideologie an dieser Stelle, zeigt er das sehr deutlich, dass es um dieses, die unteren musst du antreiben. Ja, die machen das nicht von selbst. Es gibt nur so ein paar Eliten, die machen das, Elite ist ein doofes Wort, aber die machen das halt von selber. Genau. Haben wir noch was? Der Vergleich zwischen Leistungsträgern und Nichtleistungsträgern wird halt hier im internationalen Vergleich, auch unter diesem, wird hier im internationalen Vergleich gemacht. Also auch die Hierarchie, die Max beschrieben hat. Also dieses, die anderen Staaten sind sozusagen eine Gefahr für Deutschland. Wenn es denen besser geht, dann kann es Deutschland nicht gut gehen. Und das wird eben auch so ein bisschen ausgemacht. Darauf wird jetzt auch nicht hier weiter eingegangen in der Diskussion, weil es ja vor allem um den Fachkräftemangel in Deutschland geht. Aber wäre jetzt so der Kontext internationale Beziehungen, wäre das auf jeden Fall auch ein ganz schön hartes Brot gewesen. Also ich finde schon, dass er, also man merkt, bei Linnemann weiß man, der ist ja ein bisschen Ziehsohn von Friedrich Merz. Und du merkst das daran, dass er sich echt traut, auch wirklich sehr breche, harte Metaphern zu benutzen. Also hier von Schwellenländern zu reden und dann diese Hungrig-Metapher zu nehmen, wo wir wissen, dass es da wirklich Menschen gibt, die hungrig sind, im wahrsten Sinne. Ja, das ist genau, sagt jemand im Chat, das ist Populismus, das ist genau dieser Populismus, der vom März kommt. Und ich nehme Linnemann wahr, als so ein bisschen den CDU, nennen wir es mal den CDU-Kettenhund. Und der wird immer losgeschickt, wenn jemand die angeblichen unangenehmen Wahrheiten aussprechen soll. Ja, und das ist jetzt eine der unangenehmen Wahrheiten. Deutschen geht es zu gut. Wir müssen aufpassen, sonst geht unser Wohlstand flöten, wenn es uns zu gut geht. Und ja, also, ja, ich verzweifle so ein bisschen an dem. Ja, das ist nervig. Nervig ist schön, ja. Wie so ein kleiner Troll, der nervt so ein bisschen. Aber ich glaube, zu dem Clip, habt ihr dazu noch was? Sonst könnten wir weiter gucken. Nee, ich würde mir gerne angucken, was Sarah Weber anschließend ist. Ja, ja, genau. Genau, Sarah Weber hat ja dieses Buch geschrieben, Foment, das heißt, die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Also ich ist Autorin und Journalistin. Und genau, sie reagiert jetzt darauf und das können wir uns mal eben angucken. Ganz kurz, ich schicke euch dieses Buch mit dem Amazon-Link. Das ist jetzt keine Kaufempfehlung direkt, aber wer es will, dass ihr da wisst, um welches Buch es geht. Erstmal sagen, das ist nämlich der Vorwurf, nur weil die Alten, also unsere Eltern, geschuftet haben bis zum Umfallen, können wir uns das heute leisten, genau in dieser Freiheit entscheiden zu wollen. Frage Nummer eins, wie gehen Sie damit um? Naja, die Sache ist ja auch die, also Sie sagen irgendwie eine Vollkasko-Mentalität. Das glaube ich nicht. Viele junge Menschen, wenn man sich auch Studien anschaut, haben das Gefühl, sie leben von einem Gehalt zum anderen. Die haben finanzielle Sorgen. Studierende warten immer noch auf ihr Geld, also weil sie das gerade angesprochen haben. Ich glaube gar nicht, dass es diese Mentalität gibt, sondern eher, dass man gesehen hat auch, wie sich zum Teil die Eltern- oder Großelterngeneration kaputt gearbeitet hat und in der Rente keine schöne Rente mehr hatte. Und dass junge Menschen auch einfach auf die Klimakrise schauen und sagen, weiß ich auch nicht, wie meine Rente aussehen wird und dass sich die Prioritäten verschoben haben. Aber wer wird das halt in Zukunft die Rente, die die Menschen bekommen? Das Geld kommt ja nicht vom Himmel. Es muss ja irgendeiner das erwirtschaften, was dann hinterher verteilt wird. Ich meine nicht die junge Generation mit Vollkasko-Mentalität, sondern sehr breit, sehr unternehmt. Ich mache mal hier ganz kurz schon mal Pause, weil ich es ganz spannend fand, was da jetzt so als Reaktion kam. Also es war erst mal so Vollkasko-Mentalität, das glaube ich nicht. Ich hätte mal einfach sagen können so, nein, es ist nicht. Also es ist generell was, das wird uns noch öfter begegnen. Das ist, ich glaube, es kommt auch sehr viel von Ricarda Lang und ich weiß, da springt immer so ein bisschen Relativismus mit, weil die Wahrheit ist halt auch komplex. Aber in dem Fall, sie hat ja die Info, die Daten auf ihrer Seite und sie spricht ja auch im Anschluss davon, dass es eben Studierende gibt, die auf Geld warten, dass es immer mehr junge Menschen gibt, die von einem Gehalt zum nächsten leben, dass es natürlich auch nicht nur junge Menschen betrifft. Also sie hat ja die Zahlen und Fakten ganz klar auf ihrer Seite. Also könnte sie auch ganz klar sagen so, dass, also wenn es diese Vollkasko-Mentalität gibt, dann ist sie, Mentalität gibt, dann ist sie auch zwingend notwendig, weil wir haben aktuell diese und diese Situation. Leider geht sie eher so ein bisschen auf das Narrativ, was wir ja auch sehr oft begegnen werden in der Debatte. Und zwar dieses, okay, junge Menschen wollen nicht mehr arbeiten, die haben eine andere Mentalität, die müssen mehr Freizeit und sie geht so ein bisschen, sie greift das eher auf. Und ich persönlich finde das nicht so stark. Also ich finde, man hätte ja ganz klar die aktuelle Situation, die wirklich schwierige Situation, wo es so junge Menschen oder auch ältere Menschen am Arbeitsmarkt nochmal darstellen können. Wie gesagt, steigende Arbeit, Jugendarbeitslosigkeit, Niedriglohnsektor und so weiter. Und was ja auch nicht gekommen ist, ist ja, dass Linnemann hatte ja zuvor davon gesprochen, dass er Angst hat, dass sich in Deutschland die Arbeit nicht mehr lohnt. Und da hätte sie eben ganz klar auf nochmal dieses Narrativ bringen können, ja aktuell, das stimmt, also auch zustimmen, so ja, Arbeit lohnt sich nicht mehr, weil CDU und andere haben dafür gesorgt, dass sich heutzutage Eigentum mehr lohnt als Arbeit. Und wir leben in einer nach dem Eigentum muss sich lohnen Gesetz und das müsste man ändern. Dass es jetzt nicht von Sarah Weber kommt, das finde ich auch okay, aber leider kommt das halt auch von niemand anders in dieser Runde. Und das fand ich schon schwierig, also dass dann sozusagen das von Linnemann diese teilweise absurden Unterstellungen einfach so stehen gelassen werden. Ja, das ist es genau, also das ist halt auch das, was mich an dieser Sendung so unfassbar genervt hat. Im Nachhinein denke ich, es wäre doch schon cool gewesen, wenn ich da gewesen wäre. Ich hätte mich mit dem gestritten, mit dem Linnemann und mit dem Handwerkstypen. Der ist auch, er ist etwas einfacher in seiner Argumentation, aber er schlägt in dieselbe Kerbe. Das ist genau, was mir eben auch gefehlt hat, komplett in dieser Debatte ist, dass wir nie darüber reden, dass es seit Jahrzehnten bei der Produktivität steigende Kurven gibt und bei den Löhnen stagnierende Kurven. Das heißt, dieselben Leute erwirtschaften immer mehr. Ja, und das bleibt aber, muss ja irgendwo hängen bleiben. So, offenbar nicht bei den Angestellten. Und das wird überhaupt nicht besprochen. Und da könnte man zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht in MMT denken, die Lösung dafür, wo das Geld herkommen muss, dass Linnemann so, wo Linnemann so sagt, ja, irgendwer muss es doch bezahlen. Ja, es muss von der Produktivität offenbar weniger an die Unternehmen gehen. Und entweder bei den Arbeitern direkt landen oder der Staat muss sich das abschöpfen. Denn, wie gesagt, wenn wir nicht in MMT denken, ja, Maurice Höfken, falls du zusiehst, sorry. Aber das ist halt, das Problem, ganz kurz, das Problem mit der MMT ist halt, die ist halt noch nicht ausreichend in politischen Diskurs, als dass man, ich von meiner aktivistischen Seite aus, als dass ich ernsthaft mit der argumentieren könnte. Weil ich kann es mir gerade nicht leisten, erst mal 15 Jahre MMT-Diskurs zu führen, bis ich dann meine Sachen durchschieben kann. Das geht leider nicht. Auch wenn ich grundsätzlich von der Theorie als Nicht-Ökonom, muss ich sagen, ich kenne mich da nicht ausreichend aus, aber ich finde die Theorie ganz ansprechend, ganz interessant. Ja, Entschuldigung. Nee, sorry, ich unterbreche. Also ich glaube, dass genau das Problem, was du gerade beschreibst, dass man in solchen Debatten jetzt auch nicht die MMT quasi erklären kann. Ich glaube, was dann eben genau fehlt, sind diese progressiven Narrative, die man dann entgegensetzen kann. Also das Narrativ, was er ja letztendlich anbringt, ist, dass wir das, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er es wörtlich formuliert hat, aber wir erwirtschaften das Geld. Also das ist so ein Narrativ, was ja Konservative sehr häufig bringen, auch Lindner häufig bringt, so das Geld entsteht in der Wirtschaft. Und dann fragt man sich, okay, haben die Unternehmen Gelddruckmaschinen im Keller stehen? Und also wo kommt das Geld dann her? Also allein da kann man eigentlich schon ansitzen. Man kann sagen, nee, das Geld, also man muss ja gar nicht die MMT erklären können, sagen, nee, das Geld kommt vom Staat, der hat das Währungsmonopol. Aber was wir erwirtschaften müssen, das sind unsere realen Ressourcen, das ist unser Wohlstand, um hier das alles am Laufen zu halten. Also dass hier die Busse fahren, die Bahnen fahren, Straßen natürlich alle funktional sind und so weiter, dass wir Lehrer haben, dass wir die Kinder ausbilden können, dass wir Unternehmen haben, die natürlich auch was erwirtschaften. Aber generell müssen wir halt Produktivität haben und nicht Geld, weil das Problem ist ja eher mit den vielen Menschen, die in Rente gehen, das hat ja auch Stefan sein Buch so gut geschrieben, ist ja eigentlich, dass wir die Ressourcen brauchen, dass die Arbeitskraft uns fehlt. Nicht das Geld. Das richtige Problem haben wir eigentlich dann, wenn wir zwar viel Geld haben, aber wir uns von dem Geld nichts mehr kaufen können, weil einfach die Menschen fehlen, die in Restaurants arbeiten, die in den ganzen Unternehmen arbeiten und überhaupt diesen Wohlstand, den wir haben wollen, erarbeiten wollen. Also was eigentlich von der konservativen Seite immer so mitschwingt, ist dieses Narrativ, Wohlstand bedeutet gleich viel Geld zu haben und nicht mit dem Geld sich etwas leisten zu können, etwas kaufen zu können, damit was machen zu können. Also es geht nicht mehr um die wirkliche Wirtschaftsleistung, sondern nur noch um das Geld an sich. Und Geld an sich ist aber erstmal nicht wirklich der Wohlstand. Also natürlich für Leute, die kein Geld haben, das ist jetzt auch der Frage. Aber am Ende geht es nicht darum, was ist Wohlstand? Also die Frage ist, was ist Wohlstand? Ist Wohlstand, ich habe viel Geld auf dem Konto und dann kann ich mir davon nichts kaufen? Oder ist Wohlstand, ich habe vielleicht sogar weniger Geld auf dem Konto, aber kann mir von dem weniger Geld ein sehr gutes Leben ermöglichen? Das ist, glaube ich, eher das Narrativ. Also da müsste man von der burlesiven Seite quasi ganz anders rangehen und sagen, okay, was genau meinst du denn mit, wie erwirtschaften uns Wohlstand? Wie soll das aussehen? Geld, einfach nur Geld, ist jetzt erstmal kein Wohlstand. Ja, ja, also auch das ist ja immer so eine beliebte Erzählung. Ich habe jetzt hier gerade gesehen, jemand hat dich direkt angesprochen und zwar 0815no sagt, lieber Max, Busse und Bahnen sind lange nicht mehr Staatsmonopol, die meisten sind privatisiert. Hattest du das Gegenteil behauptet? Also, ich bin jetzt gerade auch irritiert. Ich glaube, das hat Karin Nuhal dann schon ausgelöst. Beim Staatsmonopol war das hoch und gemeint, wo sind wir da und damit nicht gemeint, glaube ich. Okay, super, ja, wunderbar. Unser Chat wieder mal auf, zack, wie immer. Sehr schön. Wunderbar. So, ja, aber das ist halt dieses Ding, so Geld gleich Wohlstand. Ich habe eigentlich immer gesagt, ich wäre schon zufrieden, einfach nur mit einem bisschen mehr. Ich habe nie viel gebraucht. Für mich ist schon Wohlstand, dass ich eine warme Bude habe, eine anständige Jacke, habe ich heute noch drüber getwittert. Ja, keine Ahnung, einen Computer, der funktioniert. Also so Dinge, die eigentlich, ich sage mal, in unserer Gesellschaft basic sind. Und das Einzige, was ich gerne hätte als armutsbetroffene Person, ist einfach mal weniger Geld sorgen. Und dann bin ich schon relativ zufrieden. So Stabilität einfach. Ich habe nicht das Bedürfnis, irgendwie goldene Türgriffe zu haben oder so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde die auch hässlich davon, aber abgesehen. Ja, also keine Ahnung. Also so Dinge, die dann immer mit, wo man so das Gefühl hat, das will doch jeder haben. Nee, es will, glaube ich, gar nicht jeder haben. Es will auch nicht jeder einen Ferrari vor der Tür stehen haben. Und Leute wollen auch nicht alle fünf Mietwohnungen verwalten, weil das ist ja auch Aufwand und so. Also die einzige Forderung, die eigentlich die meisten Menschen stellen, hey, ich möchte hier nur anständig leben in diesem Land. Ja, mehr will ich gar nicht. Und schon das scheint zu viel, habe ich manchmal den Eindruck. Okay. Ja, ich glaube wirklich die wesentliche, also es geht jetzt so ein bisschen Richtung Renten, aber so driftet die Debatte eben auch ab, weil das Rententhema, also dass immer mehr Menschen in Rente gehen, ist ja der Grund, warum es da in Zukunft einen Fachkräftemangel geben wird. Deswegen wird das natürlich hier auch am Rande angerissen. Und da kann ich Max jetzt zustimmen. Also da hilft es, glaube ich, nicht so viel mit der MNT dann direkt zu argumentieren, sondern wirklich ganz klar zu sagen, hey, es geht darum, dass wir in Zukunft noch die ganzen Produkte und Ressourcen zur Verfügung stellen können, um die Menschen zu versorgen, die dann nicht mehr arbeiten. Also ganz realwirtschaftlich argumentieren. Aber dann geht es auch in eine ein bisschen andere Richtung. Genau, weil wir jetzt hier vor allem auch bei den Fachkräftemangeln sind. Aber ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, der Ausschnitt bietet ja auch noch weiter. Wir hatten den ja gerade so ein bisschen unterbrochen, wo Lindemann anfängt, so von den, darüber zu reden, wer das bezahlen soll. Vielleicht gucken wir uns das einfach noch mal weiter an. Wer soll das bezahlen? Da rufen mich neuerdings an und sagen, Herr Lindemann, fragen Sie doch mal einen Kollegen, welche Förderprogramme es in welchen Ministerien gibt. Da müssen wir halt aufpassen. Das ist so ein schleichender Prozess. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen ist das Null-Vorwurf. Ich will nur damit sagen, dass wenn wir alle weniger arbeiten, werden wir weniger Wohlstand haben. Diejenigen, die reicher sind, sind mobiler. Dann wird der Sozialstaat unter Druck kommen und dann haben wir ein Problem. Und das möchte ich nicht. Wir könnten aber auch festlegen, dass wir weniger konsumieren, das ist ja irgendwie durchaus möglich, weil es gegen uns ja sehr gut. Und dann gibt es als Nächstes die Diskussion darüber, die Gross. Also finden wir es sogar erstrebenswert, nicht mehr bei den spitzen Ländern dabei zu sein? Da haben Sie schon gesagt, dass Sie das überhaupt nicht toll fänden. Paul Lang, bei Ihnen würde mich das jetzt aber sehr interessieren. Finden Sie, dass es eine neue Diskussion darüber geben muss, was eigentlich Arbeit nicht nur wert ist, sondern wie wichtig uns der Wohlstand ist in diesem Land und ob er uns um jeden Preis so viel wert ist, dass Menschen auch sich kaputt arbeiten. Jetzt, Ricarda Lang, wollt ihr das noch drin haben? Oder? Ja, also können wir theoretisch auch weitermachen. Wir haben jetzt eigentlich schon so ein bisschen vorweggenommen, worüber Nennemann jetzt auch nochmal geredet hat. Eben dieses Thema, Geld ist knapp und wie sollen wir das bezahlen? Da haben wir gerade schon angerissen, ja, Geld ist eher weniger ein Thema. Das wäre jetzt eigentlich auch wichtig gewesen. Ich glaube auch, dass die Ricarda Lang jetzt sowas in die Richtung sagt, deswegen würde ich mir das jetzt einfach nochmal kurz weiter anhören. Nur eine Sache, ich finde es ganz interessant, dass Maybrit Illner hier selber in diese Degrowth-Richtung stößt. Also im Grunde, es ist ein bisschen hart, aber sie macht das natürlich aus einem ganz anderen Beweggrund, aber die Einzige, die überhaupt in so ein Narrativ reingeht, in so ein progressives Narrativ, ist Maybrit Illner selber, die Moderatorin. Wisst ihr, was ich meine? Sie macht das aus einem anderen Beweggrund, sie macht das, weil sie will eine konfrontative Sendung machen und möchte am liebsten so ein bisschen Streit produzieren, weil das gibt Einschaltquote und so weiter und morgen steht dann in der Welt, Ricarda Lang zerstört Linnemann oder umgekehrt, ja, so. Aber das ist eigentlich immer total schade, dass das, also eigentlich hat sie Ricarda Lang jetzt eine Steilvorlage gegeben, da hätte sie vielleicht was machen können. Gucken wir mal an, was Ricarda Lang dazu sagt, ne? Total. Aber wir fanden das auch spannend, dass Michael das einbringt. Das war ja, bei der letzten Debatte war es ja auch Tito, die wir analysiert haben, der am Ende die progressive Narrative reingebracht hat. Manchmal kommen die Narrative auch von unerwarteten Personen, ja. Ja, so ist es. So, dann Ricarda, was erzählst du uns? Ich glaube, dass Wohlstand sehr wichtig ist. Ich glaube aber auch, dass dieser Widerspruch, der hier aufgemacht wird, so gar nicht wirklich funktioniert. Wenn wir anschauen, was braucht es denn, um in Zukunft den Wohlstand zu sichern? Und ich glaube, dass da eine abstrakte Wachstumsdebatte, ja oder nein, uns gar nicht so viel weiterbringt. Wir müssen ja schauen, in bestimmten Bereichen werden wir massives Wachstum brauchen. Ausbau der erneuerbaren Energien, neue Zukunftstechnologien, grüne Arbeitsplätze. Wie sorgen wir dafür, dass die sich hier ansiedeln? Und dafür müssen wir ja gerade dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Ich bin vorher schon mal kurz auf das Thema Handwerk eingegangen. Als ich meinen Schulabschluss gemacht habe, da galt immer das Mantra studieren, studieren, studieren. Das war es non plus ultra und wenn man was erreichen wollte, musste man studieren. Jetzt fehlen uns überall genau die Menschen aus dem Ausbildungsberuf. Wenn es darum geht, wer baut eigentlich die Wärmepumpe ein? Wer baut eigentlich das Windrad auf? Und das glaube ich auch hier anzusetzen, in die Schulen reinzugehen, in die Berufsberatung reinzugehen, dass junge Menschen dort heute auch lernen. Wenn ich einen Ausbildungsberuf mache, dann habe ich nicht nur einen sicheren Job, am Ende bin ich tatsächlich bei vielen dieser Berufe sogar Klimaschützer von Beruf aus und so sichern wir dann auch einen Wohlstand. Aber Frau Lang, das normale Gegenargument ist natürlich, das Wohlstandsversprechen für diese jungen Menschen ist ja aber nicht mehr da. Also das berühmte Haus im Grünen kann sich ja heute schon keiner mehr leisten. Wie soll das erst eine zukünftige Generation? Mal völlig unabhängig von der Rente. Also wie lösen wir diesen Widerspruch auf, dass wir sie jetzt weiter animieren, zu arbeiten und zu schuften und sich möglichst krumm zu legen, um dann aber eigentlich in diesen persönlichen Wohlstand gar nicht mehr zu kommen? Das ist tatsächlich ein Problem. Also das ist natürlich, wenn das Mantra ist, arbeitet mehr und gleichzeitig habt ihr wenig davon. Ihr könnt eure Miete trotzdem nicht bezahlen, die Vorstellung vielleicht sogar, mal ein eigenes Haus zu haben, ist weit entfernt. Dann ist das für Leute, ehrlich gesagt, ein totaler Frustmoment. Und natürlich auch einer, der das Gefühl, Frau Weber hat es vorher ein bisschen geschildert, von dauerhafter Krise und auch dauerhafter Unsicherheit noch weiter verstärkt. Ich glaube nur, auf der einen Seite wird Klimaschutz in Zukunft der Dreibowohlstand sein. Das heißt, hier gibt es sehr viele Möglichkeiten, auch in Zukunft Wohlstand zu schaffen. Und auf der anderen Seite ist es eine soziale Frage. Wie gut sind die Löhne? Verdienen Frauen weiterhin 18 Prozent weniger als Männer? Wie entwickelt sich die Mietenpolitik? Also kann ich mir vielleicht meine Wohnung auch leisten? Im Zweifelsfall sogar eine Eigentumswohnung bekommen? Das sind doch dann eigentlich die Fragen, auf die wir schauen müssen. Also wie wird der Wohlstand verteilt? Bei Frau Nia ist so interessant, Sie machen jetzt selbst... Du bist auch gemütet. Ah, ja, sehr geschickt. Okay. So, haben wir. So, ja, hmm. Äh, ja, was sagt, was sagt Rikada Lang uns denn hier? Ich fand es ein bisschen belanglos, ehrlich gesagt. Ja, ich hatte es eben schon mal angedeutet, dieses Ich-Glaube. Also sie sagt, ich glaube, Wohlstand ist wichtig. Wieso? Da gibt es nichts zu glauben. Wohlstand ist wichtig. Und genau, das andere ist, also beobachten wir es bei Rikada Lang sehr häufig, dass sie so Debatten erst mal einordnet und so ein bisschen so das Für und Wider sagt. Und das ist so ein bisschen schade, weil man muss sich auch vor Augen führen, in solchen, äh, in solchen, ja, Diskussionen, Talkshows geht es natürlich auch viel darum, einfach wirklich auch die eigenen Standpunkte und Positionen zu kommunizieren und weniger so eine Debatte einzuordnen. Und das hat mir tatsächlich hier gefehlt. Also Ilna hat ja wirklich das auch herausgefordert, indem sie wirklich gesagt hat, sagt, hey, das Wohlstandsversprechen für junge Menschen ist gerade nicht da. Und Rikada Lang hat ihr eben keine Ahnung, 30 Sekunden lang zugestimmt. Und hier wäre eben besser gewesen, auch direkt irgendwie Argumente und Lösungen einzubringen. Sie hat das am Anfang so ein bisschen gemacht mit grünen Arbeitsplätzen, aber was das so genau bedeutet, weiß man nicht. da wäre es auch wirklich gut gewesen, statt irgendwie erst mal 30 Sekunden lang zu beschreiben, wie problematisch alles ist oder die Debatte einzuordnen, auf der wirklich dann relativ schnell darzulegen, wie denn die Grünen oder sie gerade in ihrer Rolle diese Probleme angeben möchten und klare Lösungen aufzeigen könnten. So wie das Herr Lindemann eben mit der Aktivbente gemacht hat, direkt in den Pitch gehend. Ja, ich meine, das beobachten wir ja häufig bei Politikern. Wenn sie nicht in den Pitch gehen, dann nehmen sie zumindest irgendwelche Talking Points, die sie dann sich vorbereitet haben. Was wir auch oft kennen, dieser Trick mit, da wird eine Frage gestellt und dann sagt der Politiker was komplett anderes. Also, ich fand tatsächlich wie Rikada Lang während des gesamten Dings, während der gesamten Sendung relativ belanglos leider inhaltlich. Also, ich finde das halt auch immer so geil. Das ist ja auch dieses typisch Defensive. Ja, also wir wollen schon noch den Wohlstand weiterschaffen und so weiter. Und da sind wir schon beim ersten Problem. Was heißt das überhaupt? Wohlstand? Was ist das? Das ist so ein waberiges Ding, das man nicht sauber definieren kann. Also, eigentlich ist das gerade so eine Luftdiskussion, die da geführt wird. Weil ich glaube, Ricarda Langs Vorstellung von Wohlstand ist eine andere als die von Carsten Linnemann. Ja, genau. Es wird halt sehr inkomfet, also man versteht nicht so ganz. Es hat sehr viel so einordnen, sehr viel auf so einer Metaebene. Es wird nicht so ganz klar, okay, was stellt sich jetzt Ricarda Lang oder auf die Grünen vor, um dieses Problem wirklich zu lösen. fand ich halt auch nicht so überzeugend, die Antwort auf die Fragen. Ich muss mal ganz kurz was erledigen hier. Einen Moment. Ja, also unterhaltet ihr euch ruhig weiter? Ich bin gleich wieder da. Genau, ich glaube, der nächste Ausschnitt geht jetzt auch eigentlich direkt weiter, ne? Genau, den können wir ja weitergucken, wenn du hier am Arbeiten bist. Ich habe auch die Erfahrung als Arbeitgeberin, also am liebsten Teilzeit, Homeoffice, keine Überstunden mehr, Sabbatical. Das sind ja nicht nur Vorurteile, das erleben Sie auch als Ideen der Kollegen, Kolleginnen, mit denen Sie zusammenarbeiten bei der Hertie-Stimme? Ja, also tatsächlich habe ich viele Kollegen, die so zur Millennial-Generation sogenannten gehören, die irgendwie ganz selbstverständlich sagen, obwohl sie vielleicht gar nicht kleine Kinder haben oder sowas, was früher ein Argument gewesen wäre, ich möchte vier Tage Woche machen und engagiere mich am fünften Tag irgendwie ehrenamtlich oder habe ein tolles Hobby und finde, dass das für mich genau der richtige Mix ist. Also auch die Generation meiner Tochter, die noch zur Schule geht, also die findet, dass ihre Eltern komische Workaholics sind, die ist total klug und motiviert, aber die sieht nicht ein, dass man, die will intensiv arbeiten, wenn sie älter ist, glaube ich, aber nicht so viel wie ihre Eltern. Da gibt es einfach einen Mentalitätswandel und wie gesagt, also ich glaube, das regelt der Markt, ich glaube, dass die Arbeitgeber vorne dran sein werden, die darauf eingehen, die gute Angebote machen und weil sie sagen, heutige Perspektive, ich kann aber auch nur davor warnen, das zu unterschätzen, wie anstrengend das ist. Also ich habe als Journalistin irgendwie wirklich viele Jahre darüber geschrieben, dass das alles möglich sein soll, Vereinbarkeit, Teilzeit und so weiter und als jemand, der jetzt irgendwie diese ganzen Arbeitspläne da in Einklang bringen muss und der eine ist Montag weg und der andere Dienstagnachmittag und der andere und so weiter und dann ändert sich und eine Mitarbeiterin, die ein Kind bekommen hat, wollte erst 50 Prozent arbeiten, dann 75, dann zwei Monate raus wegen Kita-Eingewöhnung, dann wieder 50, alles mit einer Führungsposition. Das ist schon zusätzliche Arbeit. Also eigentlich werden Sie mehr Dienstleisterin für Ihre Kollegen. Nee, das ist toll. Ich kann das gut verstehen. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass die Ergebnisse schlechter werden, aber es ist halt eine Herausforderung und ich glaube, das muss sich in der Arbeitswelt irgendwie rumbrechen, dass das eben auch wirklich auch nicht nur aufs Gehalt ankommt, sondern auf solche Möglichkeiten, auf die Weiterbildungsmöglichkeiten, die man anbietet und so weiter und auch für Ältere übrigens. Also das war, ich finde es auch falsch, immer nur auf der Reihe. Ich habe jetzt immer kurz Pause gemacht. Ja, ich glaube, ich habe es eben schon mal so ein bisschen angerissen, was hier natürlich auch so sehr stark im Raum ist, ist so dieses konservative Narrativ, dass ja die jungen Menschen, die haben jetzt andere Prioritäten, haben eine andere Mentalität, wollen nicht mehr so viel arbeiten. Das hat sie jetzt auch nochmal betont. Was mich immer stört, ist so dieses, das ist immer so ein bisschen, also sie hat das noch relativ positiv rübergebracht, trotzdem schwingt da ja immer so was Negatives mit. Und dass es eben auch klare Gründe dafür gibt, warum vielleicht junge Menschen dieses aktuelle Arbeiten infrage stellen. Und was mich eben stört, ein bisschen an dieser Diskussion, ist, dass es sehr, ja eben diese strukturellen Probleme nicht wirklich angesprochen werden, wie eben, ja, dass es, dass Arbeit halt nicht attraktiv ist, dass es, ja, nach wie vor schwierig ist, über eine Wunde zu kommen, selbst mit mehreren Jobs, wenn es auch für viele halt nicht schwierig ist, nicht einfach ist, einen Job zu bekommen. Also gerade diese strukturellen Sachen werden hier sehr wenig angesprochen. Ich finde da halt eben von progressiver Seite, also auch von in keiner lang zum Beispiel, oder, ja, ich glaube, Sarah Bebers Thema ist es jetzt nicht so, aber hätte da auf jeden Fall auch in diese Richtung was kommen können. Ja, das ist halt genau das immer wieder, ne? Hätte, es hätte nicht nur kommen, es hätte müssen, es hätte müssen. und das ist so, das ist so frustrierend, ja. Ja. Ja, ich finde es interessant, dass sie eigentlich ja gerade einer ganzen Generation unterstellt hat, dass sie nicht arbeiten wollen. Genau. Was so merkwürdig ist, also dieses Narrativ, es gab einen Mentalitätswandel und es beobachtet sie auch bei ihren eigenen Kindern, ist so, ja, okay, wer hat denn diese Kinder, also erstens, wer hat denn diese Kinder erzogen? Also selbst wenn es so wäre, dann kommt es ja nicht, von irgendwoher, aber was ja eigentlich das Problem ist, in der ganzen Debatte oder vorhin wurde auch schon gesagt, Arbeit lohnt sich nicht mehr. Also warum sollte denn eine junge Generation, wenn sich Arbeit nicht mehr lohnt, sagen, natürlich arbeite ich jetzt richtig viel. Das widerspricht sich doch. Also dieses Narrativ, zu sagen, okay, wir bemerken gerade, dass Arbeit sich nicht lohnt und das Problem ist, dass die junge Generation nicht mehr arbeiten möchte, dass man da diese Verbindung gar nicht herstellt und merkt, ja, vielleicht hat das beides was miteinander zu tun. Das fand ich schon sehr merkwürdig und ja, es ist eben wahrscheinlich, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass die Menschen, gerade junge Generationen, das einfach bemerkt, eben, dass sie, selbst wenn sie studiert haben, selbst wenn sie viel arbeiten, eben nicht mehr sich ein Eigentum aufbauen können oder ihren Wohlstand aufbauen können, sondern eher hinten an sind und stattdessen und stattdessen zur Miete wohnen, die Miete steigt, jetzt auch gerade durch Corona, dann nochmal durch die Energiekrise, dann gibt es jetzt diese neuen Indexmieten, wo quasi mit der Inflation, die es auch vorher nicht gab, also gibt es auch jetzt seit wenigen Jahren, mit der Inflation die Mieten steigen können, das heißt, diese ganzen neuen Möglichkeiten, die quasi vom Kapital da sind, um das Geld von den arbeitenden Menschen zu übernehmen, die sind eben jetzt gemacht worden, und die sind da und wenn ein junger Studentin, junger Student dann in eine Großstadt ziehen muss, wo die Mieten extrem hoch sind und dann einen Vertrag unterschreibt, wo mit der Inflation die Mieten weiter steigen können, dann ist doch die Frage, ja, warum möchte dieser Mensch nicht 60 Stunden arbeiten und dann trotzdem noch nicht über die Runden kommen? Also das ist doch dann relativ klar, warum das der Fall ist und im Gegenteil sagt sie ja sogar, dass sie eigentlich gerne vier Tage arbeiten wollen, Erwerbsarbeit, aber dann ehrenamtlich weiterarbeiten wollen. Also auch noch mal diese Abwertung der ehrenamtlichen Arbeitswahl aufbetrinkt. Also das, ja, war schon, also ich fand es relativ hart zu sehen, wie sie über ihre eigenen Kinder spricht. Das ist wirklich heftig, ey. Ja, Mentalitätswandel abtut und, ja, also es wäre das so, ach ja, man ist jetzt irgendwie morgens aufgewacht und sich katze, ich gedacht, ich arbeite zwar weniger, als ob das keine, denen genau diese strukturellen Hintergründe hat und eben genau, dass eben nur Erwerbsarbeit Arbeit ist. Also das schließt ja dann alles aus, Ehrenamt, aber auch Care-Arbeit und Mütter, ja, das muss man ganz klar sagen. Und auch das, was wir hier gerade machen, ist keine Arbeit. Nein, nein. Wir haben, das ist, wir haben da keine Energie reingesteckt. Das rotzen wir so aus der Hüfte. Genau. Ja, und da, da muss dann eben was kommen und das kommt gerade nicht und in, in solchen, solchen Diskussionen. Ja. Ja. Das fehlt dann immer und das führt dann leider dazu, wenn ich, da, weil wir haben ja jetzt nicht die Zeit, uns nochmal den Handwerkstypen anzugucken, weil der ist auch nochmal ganz hart, dass der Handwerks-Heini und Linnemann nur eine Lösung haben für das Problem und das sind Lohnsenkungen. Aber sie nennen es nicht Lohnsenkungen, sondern sie sagen, ah ja, die Lohnnebenkosten, das ist ja so dieser alte Trick. Ja, die Lohnnebenkosten müssen fallen, damit weniger Sozialversicherungsbeiträge und so gezahlt werden und dann erzählt er, dann hätte der, der Arbeitnehmer mehr vom Netto, was natürlich, äh, halte ich für sehr fragwürdig, ähm, und, ähm, ja, am Ende hast du bei so, also hab ich zumindest so Bilder, wenn ich so einen Carsten Linnemann höre, bei sowas, ähm, dass du irgendwann zum Arzt gehst, wenn du einen Schnupfen hast und dann kriegst du eine 300 Euro Rechnung danach, weil das einfach in der, in der Kassenleistung nicht mehr drin ist, ja, weil die, weil damit, damit er noch mehr von der Produktivität hier abschöpfen kann, unser Handwerkspräsident. Und, ähm, also das ist so die einzige Lösung, die kommen nicht auf die Idee mal zu sagen, naja, vielleicht müssen wir als Betriebe mal was tun, ein bisschen mehr, ähm, vielleicht mal die Bedingungen ein bisschen besser machen, soweit es geht. Ja, die jungen Menschen sind auch nicht blöd, die wissen auch, dass du nicht alles machen kannst, so, ja, dass, dass, ähm, dass, keine Ahnung, Homeoffice als Dachdecker ja schwierig ist, zum Beispiel, ja, das wissen die auch. Aber auch da kannst du ja viel verbessern, ne? Da gibt's eine, ich hab die jetzt leider nicht rausgeschrieben, eine Stelle ist so hart, da, ähm, sagt Ilna zu dem Handwerks, äh, Präsidenten, und was ist denn mit der Vier-Tage-Woche? Es gibt einen Betrieb, der macht das auch, aber der ist natürlich fünf Tage besetzt, aber die haben halt so ein Rotationssystem. Und er antwortet dreist, ja, also, ich kann ja den Kunden nicht sagen, dass wir Vier-Tage-Woche haben. Also, äh, das ist, äh, da kriegst du nichts mehr, das krieg ich nicht mehr zusammen. Das ist unfassbar frech. Aber das ist auch nur so frech, weil die keine, ähm, progressiven Widerstand, keinen progressiven Widerstand haben in diesen Runden. Weil sie wissen, dass die anderen, auch so eine Ricarda Lang, leider ohne Zähne beißt, ja? Also, da ist, da ist nichts an Widerstand. Ja. Wir können ja noch einmal auf den Chat eingehen, ähm, deswegen denke ich gar nicht an meine Rente, weil wer weiß, was bis dahin ist. Also, ich weiß jetzt nicht, wie alt die Person ist. Ähm, aber, äh, was in Stefan Schulz Buch auch noch mal gut beschrieben ist, wir haben jetzt gerade quasi diesen Baby-Boomer-Bauf vor uns. Also, es ist nicht so, dass die Rente per se, äh, also, dass wir ein Problem haben, was sich jetzt über Jahrhunderte hinfort ziehen wird, sondern es kippt gerade diesen Baby-Boomer-Bauf. Die gehen jetzt in den nächsten 20 Jahren in Rente und diese nächsten 20 Jahre werden deshalb problematisch. Wir müssen da irgendwie anders wirtschaften, wir müssen dieses Problem lösen. aber danach, weil irgendwann auch Rentner verlassen uns natürlich irgendwann und danach ist natürlich diese Bevölkerungspyramide, die wir jetzt gerade haben, nicht mehr so ausgestaltet, sodass die Renten danach eigentlich, theoretisch, wer weiß, was dann ist, wieder sicherer werden. Das hatte, glaube ich, auch in einem seiner Streams gesagt. Also, es ist nicht so, dass jetzt Renten per se für die nächsten 100 Jahre unsicher sind, sondern es ist tatsächlich eher ein Problem für die Menschen, die jetzt gerade in Rente gehen, weil dann, jetzt gerade diese Rentner müssen ja eben durch die Produktivität der Wirtschaft Wohlstand irgendwie erhalten und da fehlen uns eben gerade die Menschen und nicht in 20 oder 30 oder 40 Jahren, dann gleicht sich das ja dadurch natürlich art und Weise wieder aus. Ja, ja, ich meine, das ist ja beruhigend, aber es ist natürlich trotzdem der, ich sage mal, dieser Verteilungskampf, den wir bis dahin führen müssen, das ist ja das, wo Menschen auch ein bisschen Angst vor haben, weil wir ja sehen, also wir sehen ja schon, wie schwierig der zu führen ist, wenn für die progressive Seite Ricarda Lange in der Talkshow sitzt und das Einzige, was sie sagt, ist Wohlstand ist mir auch wichtig. Ich glaube. Sie glaubt. Sie glaubt. Also, da bin ich immer total bei euch, wenn ihr sagt, da müssen einfach, da müssen nicht nur stärkere Narrative her, ich glaube, da müssen auch stärkere also nicht stark im Sinne, ja, einfach stärkere Charaktere, auch mit ein bisschen mehr Ambiguitätstoleranz, die sich nicht so anpassen wollen. Also, ich hätte halt immer lieber einen Marco Bülow da sitzen oder so, ja, oder einen Fabio De Masi, das sind so Leute, die hauen immer auf den Punkt, nur das Problem ist, die sind ja sogar in ihren eigenen Parteien dann wieder verhasst, weil sie zu, oder Marco Bülow ist ja aus der SPD sogar ausgetreten, ja, weil das ist alles zu, die sind dann wieder zu sehr gegen den Mainstream, den Mainstream, steicheln gegen den Strich sozusagen, wie ist denn das? Achso, Entschuldige, ja. Genau, also was eigentlich immer fehlt, oder sehr häufig fehlt in diesen Debatten, ist, dass progressive für sich auch den Wohlstand beanspruchen und sagen, wir wollen Wohlstand erhalten und steigern, das können wir aber nur, indem wir eben unsere Maßnahmen machen und das passiert leider sehr selten, auf konservativer Seite passiert das eigentlich ständig. Ja, das ist genau, ja, Entschuldige, da muss ich einfach mal sagen, ja. Ja, genau, also immer wenn es um Wohlstand und Sicherheit und also so Sachen, die ja auf progressive Werte sind, also solche progressive Werte, nämlich Sicherheit und TIP-Mitstand, das wird halt komplett von der CDU da auf FDP zu Wahlen vereinnahmt, SPD vielleicht das so ein bisschen, aber die Grünen sind dann eben, werden dann schnell in diese Ecke gedrängt von, ja, nee, ihr wollt, dass wir verzichten und das hat halt auf Gründe, das ist natürlich fies, aber es hat eben auf Gründe und das liegt an der Kommunikation, dass sie diese Werte wie Sicherheit und Wohlstand nicht für sich beanspruchen. Ja, ja, das hat Gründe und dann, und dann dieser Verzicht, dieses Verzichts-Narrativ wird natürlich unterstützt, wann immer, keine Ahnung, ein, ein, wie heißt der, der, ein Wimtfried Kretschmann davon erzählt, dass man sich jetzt mit dem Waschlappen waschen muss und sowas, ja, also ich meine, häufig gebe ich ja inhaltlich so ein bisschen sogar recht, dass so ein bisschen persönliche Verzichtskultur und so gar nicht so immer das Verkehrteste ist, aber das unterstreicht natürlich genau dieses Narrativ von den Grünen, die uns alles wegnehmen wollen, wo wir dann in den Wald ziehen sollen und, ja, Polizei gibt es auch keine mehr, ja, wir leben in einem verarmten anarchistischen Staat, ja, ich finde das so absurd, weil wenn man sich die Grünen näher anguckt, dann sieht man ja, wie hardcore konservativ, also gerade auf der Realo-Seite, die ja sind, also wie wenig von diesem links-anarchistischen Kram da noch irgendwie drin ist und dann kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendwer auf dieses schmale Brett kommt und die da noch verortet, so, aber es gibt offenbar Leute, viele, viele, ja, ich meine, sagen wir mal so in dem Spektrum, ich glaube, orientiert man sich halt im geringsten Übel, aber das ist halt wirklich ein Problem, das ist ja das, was wir immer sagen, dadurch, dass eben so progressive Werte fehlen im Diskurs, denkt man eben, dass so das, was jetzt das geringste Konservative ist, ist dann progressiv und das ist halt ein jahrelanger Prozess gewesen, in dem eben progressive Werte überhaupt nicht im Diskurs stattgefunden haben, sodass man irgendwann auch gar nicht mehr weiß, was das eigentlich ist, also dass wie gesagt so Begriffe wie Freiheit, Wohlstand, Sicherheit sofort mit Konservativen assoziiert werden, weil die überhaupt nicht progressiv geframed werden. Ja, also, ich meine, Ole und Wolfgang nennen ihren Podcast ja nicht umsonst Wohlstand für alle, ja, und das ist genau das Narrativ, dass sich progressive jetzt auch an den Hut stecken müssen, Wohlstand für alle, von allen, für alle, ja, gerade in diesen Zeiten gerade, also gerade jetzt mit steigenden Preisen, Energiekrise und da ist eben genau das, die falsche Reaktion zu sagen, nee, wir machen jetzt hier Kleinkrämerei und, ja, und müssen gucken, müssen priorisieren und, die sollen was bekommen und die nicht, also alles, was sozusagen eher Unsicherheit bringt für viele Menschen, all das ist nicht progressiv und das machen aber gerade die die Parteien, die eher im provisiven Spektrum sind, stärker als die konservativen und das ist eben ein Problem, weil dadurch entsteht natürlich ein vollkommen falsches Bild und das sieht man dann am Ende auch in den Wahlprognosen. Ja, ja, ich habe wirklich die Befürchtung, dass mit der nächsten Legislatur wir wieder eine schwarz geführte Regierung haben, einfach weil die im Moment, das ist, ich meine, wir tauschen uns ja auch immer wieder aus und ihr beobachtet das ja auch ihr beide, wie krass geschickt, also ich sage nicht, dass ich die Werte teile, aber wie krass geschickt die CDU einfach teilweise kommuniziert, ne, in ihren Plakaten und so, immer auf den Punkt, genau das eigene Narrativ auf den Punkt erzählt und Progressive komplett lost auf dieser Ebene, auf dieser kommunikativen Ebene. Genau. Ja. Machen wir mal weiter. Soll ich auf der drücken? Nicht irgendwie die viel kleinere Gruppe der Jüngeren alleine leisten und die Gesellschaft muss ein Angebot beim Thema Chancengerechtigkeit machen. Der Begriff ist, glaube ich, aus der Mode gekommen, so ein bisschen, alle reden eher so von Grundeinkommen und das Ergebnis irgendwie auszugleichen und das wäre so ein schönes Thema auch für die Ampel, die SPD so als alte Arbeiterpartei, Aufstiegspartei, die FDP. Und ich glaube, da hat die Gesellschaft wirklich so ein bisschen Ehrgeiz verloren, also das möglich zu machen, also diesen Glauben zu stärken, dass es jeder schaffen kann, auch zu verbessern. Frau Ricarda Lang hat es gerade schon versucht, indem sie sagte, es gibt ja auch wirklich in diesem... Ich würde mal kurz Stopp machen. Also es war unverwitzig, dass die FDP die FDP als Aufstiegspanzahl bezahlt hat. Aber erst mal das, findet ihr diesen Modus, den Andrea Nahles da fährt, diesen Trollmodus, dieses Ich-bin-jag-keine-Politikerin-mehr, Edgy-Badge, findet ihr das auch so witzig? Also inhaltlich, was sie an einigen Stellen sagt, ist wieder furchtbar. Aber ich muss manchmal so schmunzeln, weil sie sagt auch so an einer Stelle so, soll die Politik jetzt mal sehen, wie sie das macht? Hihihi, so, das ist so richtig, voll ich. Ja, total. Ja, und wer nahm, das hat mich so eine wirklich starke Kommission in der Diskussion. Worauf ich halt kurz eingehen wollte, ist das Thema Chancengerechtigkeit. Fand ich witzig, dass sie das als Begriff eingebracht hat. Und sie sagte ja auch, dass der Begriff aus der Mode gekommen ist und sie bedauert das. Ich muss sagen, es ist gut, dass er aus der Mode gekommen ist, weil Chancengerechtigkeit ein komplett falsches, einfach ein konservatives Narrativ ist, was sich progressiver anbeeignet haben. Also es ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sich konservative Sprache dann auf die für progressiven übernommen wird und dann wiederholt und dadurch verstärkt wird, sodass eigentlich irgendwann gar kein anderes Konzept mehr besteht als Chancengerechtigkeit. Und es ist auch egal, ob man Chancengleichheit sagt, es macht den Unterschied nicht, denn es verhindert nämlich nicht, dass es ergebnisoffen ist. Also Sie hast ja auch gerade gesagt, viele wollen jetzt das Ergebnis ausgleichen mit Grundeinkommen. Und das ist auch richtig, weil wenn du eben nur in Chancen denkst, dann riskierst du auch oder nimmst du gleichzeitig als Gesellschaft in Kauf, dass eben ganz viele Menschen dann Chancen dann nicht wahrnehmen können und es dann am Ende trotzdem zu Armut kommt, zu Menschen ohne Schulabschlüssen, zu Menschen, die dem Arbeitsmarkt auch nicht zur Verfügung stehen. Das ist ja gerade hier ein Thema in der Diskussion. Und deswegen muss man eben eher, müsste man eher ein Narrativ fahren, wie alles schaffen ist. Also etwas, was wie eine Garantie funktioniert. Was Chancengerechtigkeit aber so aussagt, ist, jeder oder jede kann es schaffen. Also es geschieht eben immer die Chance, dass Menschen es nicht schaffen können. Und das finde ich halt für so ein Land wie Deutschland, ein demokratisches Land, das mit einer guten Wirtschaftsleistung ist, das ist echt dramatisch, immer noch von Chancengerechtigkeit zu reden. Ja, das ist das. Also ich sage das Beispiel immer wieder, hier in NRW gibt es die sogenannten Talentschulen, das ist von der FDP ins Leben gerufen, wo junge Menschen, die in der Schule zeigen, dass sie was können, aber die womöglich aus prekären Verhältnissen stammen, dann sozusagen die Chance bekommen, an diese Talentschule zu kommen. Und damit ist aber allen anderen armutsbetroffenen jungen Menschen halt noch nicht geholfen. So, ja, das ist halt, da sind wir wieder bei Wohlstand für alle. Es ist kein Wohlstand für alle. Es ist immer noch Wohlstand für wenige. Vielleicht haben ein paar mehr, etwas bessere Chancen auch, diese Treppe nach oben zu gehen. Aber die anderen bleiben halt trotzdem unten. Ja, ich sehe es, ja. Das Chancengleichheit impliziert auch wieder den Wert, den wir vorhin hatten, im Wettbewerb. Ja. Es ist wieder die Idee, wenn alle nur die gleichen Chancen haben und gegeneinander antreten, dann ginge es auf wundersame Weise allen besser. Aber wir wissen ja bei jedem Wettkampf, dass es nicht allen besser geht, sondern dass immer eine Person gewinnt oder vielleicht ein Team mal, aber alle anderen verlieren. Und genau das ist doch eigentlich kein Modell für eine Gesellschaft, wo wir wollen, dass es allen gut geht, wo es alle schaffen können, wo wir Wohlstand für alle haben wollen. Und das fehlt dann auch in der Debatte als Antwort sehr häufig. Also Chancengerechtigkeit ist ein konservatives Narrativ. Und die Antwort wäre eigentlich zu sagen, wir wollen keine, wir wollen nicht die gleiche Chancen für alle, wir wollen ein gutes Leben für alle. Wir wollen eben, dass es alle schaffen und dass Wohlstand alle haben. Dass es dann noch Unterschiede gibt, also dass es dann Menschen immer noch gibt, die mehr Wohlstand haben als andere, das ist eine ganz andere Frage. Aber grundsätzlich wollen wir natürlich trotzdem, dass es allen Menschen erst mal gut geht. Und das sollte das Ziel sein, auch wenn man Wirtschaft, weil ansonsten, warum wirtschaften, wenn am Ende sowieso nur einige wenige davon profitieren. Also das ist jetzt nicht das Ziel der ganzen Sache. Ja, nochmal ganz kurz hier zu dem Thema Talentschulen. Cappuccino, als sagt es, bei Kemper gelesen, dass die Talentschulen auch eher die Kinder aus wohlhabenden Familien fördern. Ja, das macht es ja nochmal schlimmer. Also das macht dieses sowieso schon schwierige Ding nochmal schlimmer. Weil das ist so ein bisschen wie bei die Friedrich-Naumann-Stiftung so, die Stipendien an reiche Kinder vergibt. Ja, so. Das ist so nutzlos und absurd. Und damit einfach nur nochmal ein Verstärken dessen, der Strukturen, die da eh schon vorherrschen. Nämlich der Bevorteilten, die nochmal weiter bevorteilt werden. Ja, da gibt es übrigens ganz witzig, das ist sogar etwas, wo sogar Jan Fleischhauer gegen ist. Ja, habe ich mal in einer seiner Kolumnen gelesen. Dass er so sagt, wie absurd es ist, dass er als richtig Gutverdiener hier noch irgendwie supportet wird von irgendwelchen Stiftungen und so. Das braucht er alles gar nicht. Also sogar eröffnet das doof. Und er ist schon ein schwieriger Charakter. Ja. Da haben wir auch nochmal einen guten Kommentar, dass selbst mit einem hohen Fühlabschluss man auch nicht immer die Chance hat. Und das kann auch wieder, wenn wir wieder an den Anfang der Diskussion zurückgehen, wenn man das auch wieder international sieht, in der globalen Perspektive gibt es natürlich immer Menschen, die in anderen Ländern noch geringere Löhne haben und trotzdem vielleicht eine gute Ausbildung, wo die das dann für weniger Geld machen. Und dann ist dieser Wettbewerb eben nicht nur noch, findet nicht nur noch innerhalb eines Landes statt, sondern eben international, was das Ganze noch mehr ad absurdum führt. Also ja, es ist einfach dieses Narrativ, Wettbewerb macht uns alle besser, reicher, schneller, klüger. Genau. Und was halt fehlt in jeder Debatte, das progressive Gegennarrativ, was ist denn mit Kooperation? Warum sollte nicht Kooperation das Ding sein, dass uns allen, ja, das dafür sorgt, dass es uns allen besser geht? Weil am Ende ist es eben die Kooperation innerhalb von Unternehmen, aber auch zum Teil Zwischenunternehmen, die am Ende dafür sorgt, dass es funktioniert. So ist es. So ist es. Haben wir jetzt noch was bei Ilna drin? Nee, wir hatten nichts mehr. Nee, und die Sachen, die ich hatte, habe ich so neben Bayern gesprochen. Wir können gerne, wenn ihr möchtet, zu Anne Will springen. Das wäre auch wieder schön. Dann nehme ich die Ilna mal hier raus. Tschüss, Maybrit. Und genau, was habt ihr, wo fangen wir bei Anne Will an? Wir fangen an bei Minute 14. Ach so, vielleicht ganz kurz, weil einige Leute haben ja zugeschaltet auch. Also bei Anne Will geht es um das Thema, was war das? Auto gegen Öffis oder sowas? Auto oder Bahn, Tempo oder nein. Da steckt die Verkehrswende im Stau. Oh Gott, ey, also der Redakteur, der sich diesen Titel ausdenken musste, tut mir ein bisschen leid. Ähm, okay. Ja, aber wobei, ja, ja, ist schon ein nettes Wortspiel so. Aber okay. Es ist doch ein Musik. Steckt die Verkehrswende im Stau. Genau. Und ja, alles gut. Ey Katze, hör auf hier mein Mikro anzuschmusen. Ähm, ja, was sagtest du, welche Minute? Äh, genau, so zehn. Ja, oder ihr könnt ja auch selber da reinklicken, genau. Also vielleicht auch ganz kurz. Also genau, es geht um, er hofft diese aktuelle Diskussion zwischen, in der Ampel, äh, das ist ja einerseits, dass Geld ausgegeben werden soll für Autobahnen und andererseits Geld geschienen und sich jetzt die Ampel streitet, für was denn jetzt Geld locker gemacht werden soll. Und dementsprechend sitzen hier halt auch VertreterInnen, ähm, auch, ja, einmal Ricarda Langwieder von den Grünen, ähm, aber auch, äh, Christian Dürr von der FDP und, äh, Thorsten Frey von der CDU und, äh, Katja Diehl, äh, sie ist Mobilitätsexpertin und hat das Buch Autokorrektur, Mobilität für eine lebenswerte Welt beschrieben. Sie war, äh, hier im letzten 2045 Podcast beim, bei Critical Media und, äh, in Minute 14 steigen wir auch eigentlich direkt bei Katja ein und, ähm, ja, hören uns mal so ihre Argumentation an. Buchautor, das war ein Ende so einer gemeinsamen Deutschlandgespräch. Frau Dähl, ich will Sie in die Diskussion holen. Sie sind Aktivistin, Sie sind Autorin, Podcasterin, Beraterin, sitzen im Beirat unter anderem der österreichischen Klimaschutzministerin, auch im Beirat des baden-württembergischen Verkehrsministeriums, beschäftigen sich seit Jahren mit Mobilität und sind eine entschiedene Kritikerin des Autos. Wenn Sie das hören, erkennen Sie einen Plan? Ich erkenne gerade vor allen Dingen, wie weit weg die bisherigen Äußerungen von Menschen sind. Also gerade ländlicher Raum war ja ein Thema. Warum? Menschen sind ja auch Autofahrerinnen und Autofahrer. Im ländlichen Raum weiß ich halt, dass viele Menschen sich Alternativen wünschen wollen würden, also anders unterwegs sein als mit dem eigenen Auto. Ich habe auch nicht gegen das Auto, aber ich habe es gegen das Auto, wie wir es aktuell benutzen. 45 Minuten am Tag mit einer Person an Bord. Das kann effizienter laufen und ich will, dass es ein Grundrecht gibt auf freie Wahl der Mobilitätsmittel, also dass ich nicht angewiesen bin auf ein Auto. Menschen im ländlichen Raum, die alt werden, sind angewiesen. Ich jetzt gerade als Tochter kutschiere meine Eltern, weil da gibt es nichts außer das Auto. Und das ist etwas, was sich für mich unfrei anfühlt. Das ist gegen die Würde des Menschen, finde ich, um Mobilität bitten zu müssen. Und da Österreich eben Thema war, die haben angehalten. Die haben vor zweitens, ein paar Jahren, Leonore Gewessler, als Klimaschutzministerin gesagt, Stopp, wir gucken auf die großen Bauprojekte, die wir haben. Zusammen mit dem, was hier die Autobahn GmbH ist, mit ihrem Ministerium und der Wissenschaft. Und die bauen zum Beispiel die Lobau Autobahnen nicht und den Tunnel, den es da geben sollte, weil sie gesagt haben, das ist etwas gegen unsere Klimaziele, das holen wir uns nicht rein. Wir wollen klimaneutral werden, 2045. Aber jetzt will ich nachfragen. Nicht jeder fährt unfreiwillig Auto. Nicht jeder kauft sich erzwungenermaßen ein Auto, sondern mancher, einer mag das auch ganz gerne, liegen Autobahnen dann bei einem wachsenden Pkw-Bestand, ich habe es ja gesagt, so hoch wie nie zuvor, auch weil immer mehr Güterverkehr, der über die Straße läuft und wenn die Schienen nicht ausreichend ausgebaut sind, auch laufen muss. Und auch weil immer mehr E-Autos liegen dann Autobahnen nicht in einem öffentlichen Interesse. Autobahnen bauen gegen Stau ist wie den Güter zu lockern an der Hose, wenn man abnehmen will. Also das ist für mich die freitsche Maßnahme. Und das ist auch etwas, was sehr rückwärtsgewandt ist. Wenn ich höre, zehnspurige Autobahnen, denke ich an Dystopien, nicht an Zukunft, die lebenswert ist. Ich will, dass Menschen wieder gut leben können, auch in der Stadt, wo alle möglichen autogerechten Städte ja auch entstanden sind nach den Weltkriegen. Ich denke, wir sollten mal einfach wirklich hinfahren, ob die Leute sagen, ich will Autofahren oder ich muss Autofahren, weil ich keine Barrierefreiheit habe im ICE, weil ich nicht im ländlichen Raum eine Alternative habe. Ich glaube, wenn man da mal mit den Leuten spricht und auch wirklich sagt, das habe ich gefragt in meinem Buch, da sagen viele, ich muss Autofahren aus den und den Gründen und da zu sagen, okay, was ist da mit 13 Millionen Erwachsenen ohne Führerschein? Was ist mit Menschen in Armut? Das sind 13 Millionen Menschen, die haben nur zu 45 Prozent ein Auto. Warum ist diese große Gruppe von Menschen, 30 Millionen, die entweder täglich oder mehrmals die Woche radelt, nicht im Fokus, was wollen die mit einer Autobahn? Das ist einfach ein Ungleichgewicht für mich und daran arbeite ich, das abzuschaffen. Herr Preu, Sie waren lange Zeit ober. Ja, das ist eigentlich sehr gut am Ende. Was wollen die mit der Autobahn? Ja, Ja, also auf jeden Fall eine gute Ansprache. Was halt hier sehr spannend ist, ist, dass sie dieses Abhängigkeitsargument bringt. Also wirklich so ganz klar darauf geht, hey, Leute sind gerade vom Auto abhängig und sie müssen Auto fahren und wollen es vielleicht gar nicht und könnten wir es nicht so machen, dass sie das nicht müssen. Geht sich später auch nochmal genauer daraus ein. Weil das ist tatsächlich in dieser Autofrei-Debatte, jetzt nutze ich das Wort, was man eigentlich nicht nutzen sollte, geht das sehr oft unter. Das ist dann oft so, die Leute, die Autos gut finden, gegen die, die Autos blöd finden. Und die, die Autos blöd finden, argumentieren mit Autofrei. Und Autofrei triggert halt erstmal ein Bild von, okay, die Welt ohne Autos. Und das bedeutet natürlich für viele Menschen erstmal, ja, Abstriche zu machen, weniger Inkabilität, weniger gut im Alltag zurecht zu kommen, länger zu brauchen. Also erstmal ein Nachteil. Und darum sollte es aber gar nicht gehen, sondern es soll ja genau darum gehen, diese Abhängigkeit zu überwinden. Eben weil ein Auto eben für viele Menschen, das hat Katja gerade beschrieben, also Menschen ohne Führerschein, Thema barrierefrei, weil viele Menschen eben nicht das ideale Mobilitätsmittel ist. Und natürlich auch, dass ein Auto auch teuer ist für Menschen. Eben teurer, als man so denkt. Und genau, deswegen ist es super, dass sie dieses Thema, diese Abhängigkeit hier mit reinbringt. Die findet tatsächlich im Diskurs nicht so oft statt. Und deswegen ist es super, dass sie das hier macht. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass sie sich relativ komplex ausgedrückt hat. Also dieses Grundnerft auf freie Wahl der Mobilitätsmittel ist, glaube ich, schwerer zu verstehen, als zu sagen, ich will, dass Menschen nicht abhängig sind vom Auto. Ich will, dass wir Mobilität unabhängig vom Auto machen, dass wir autounabhängig unterwegs sein können. Das ist einfach mehr, also das ist einfacher formuliert und hätte wahrscheinlich bei mehr, wäre bei mehr Menschen noch angekommen, als von einem Recht zu sprechen, von einer freien Wahl von Mobilitätsmitteln. Das ist schon relativ komplex formuliert. Und ich glaube, dann wäre ihr Gammel noch stärker gewesen. Aber genau, sie schlägt genau auf den richtigen, also genau die richtige Narrativ, um eigentlich klarzumachen, dass es ihr nicht darum geht, Autos zu verbieten. Was ja genau der Vorwurf war, der von der Moderation nicht direkt kam. Es geht darum, dass wir alle mobil sein können, auch ohne Auto. Das ist doch am Ende das Ziel und das sollte eigentlich auch die progressive Argumentation sein in jeder Debatte. Es geht nicht darum, das Auto zu verbannen. Es geht darum, die Möglichkeiten zu schaffen, ohne Auto überhaupt mobil sein zu können. Weil das ist gerade nicht der Fall. Und das ist am Ende auch eine Freiheit. So ist es. Ja, ich persönlich fand das auch recht überzeugend. Mich interessiert jetzt aber eher, wie sie sich in der tatsächlichen Diskussion dann schlägt. Also eine Ansprache machen ist ja immer eine Sache, aber diskutieren ist ja immer noch mal eine andere. Das stimmt. Genau, dann machen wir direkt mal weiter, weil ich glaube, Thorsten Frei von der CDU reagiert jetzt direkt. Oh. Frau Bürgermeister in Donau-Eschingen, Sie werden viel mit Menschen gesprochen haben. Sind da meist Menschen bei, die nicht Auto fahren wollen, die aufs Rad und anderes umsteigen würden, wenn es leichter wäre? Also zunächst einmal muss man sagen, dass das eher eine Wunschvorstellung ist, die hier artikuliert wird. Man bräuchte natürlich massive Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr, um wirklich die Menschen zum Umsteigen bringen zu können. Und da müsste man in der Tat Schwerpunkte setzen. Also die Subventionierung des Preises ist für den ländlichen Raum nicht das Mittel der Wahl, sondern da geht es darum, dass überhaupt Bahnhalte da sind, der Bus vorbeikommt, dass die Möglichkeit besteht, pünktlich zum Arbeitsplatz zu kommen, dass es Möglichkeiten gibt, beispielsweise die Kinder in den Sportverein zu bringen, den nächsten Arzt zu besuchen. Und da geht es eben nicht um die Frage, wie kommt man vom Land in die Stadt, sondern gegebenenfalls von Dorf zu Dorf oder von Kleinstadt zu Kleinstadt. Und deswegen ist es völlig illusorisch zu glauben, dass das ohne Individualverkehr möglich wäre. Der wird auch zukünftig notwendig sein. Wir sollten uns viel eher mit der Frage beschäftigen, wie so etwas klimaneutral zu organisieren ist. Und parallel dazu kann man sich natürlich Gedanken machen, wie man den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver machen kann. Dann braucht man aber Kapazitätsausweitungen, dann braucht man eine bessere Verknüpfung der Verkehre und dann muss man auch etwas bieten, was Pünktlichkeit beinhaltet, Sauberkeit, Sicherheit. Das sind die Argumente für diejenigen, die regelmäßig den öffentlichen Verkehr nutzen wollen. Ist ein W-Auto-Vordial auch ein schlechtes Auto? Ja, das ist halt ganz interessant, weil ich habe ja den Koalitionsvertrag in Vorbereitung auf die Sendung auch noch mal genauer gelesen. Da steht ja etwas von Gleichheit der Mitte, von Gleichheit der Möglichkeiten, von lebenswerten Räumen. Und für mich sind Räume, die vom Auto abhängig gemacht worden sind. Also da sind ja auch Einsparungen in der Bahn, 4000 Kilometer Schiene, allein nach der Wiedervereinigung abgebaut. Das ist für mich eine strukturschwache Region. Also wenn ich da abhängig bin von einem Auto, was mich mehrere hundert Euro im Monat kostet, fühle ich mich nicht frei. Frei wäre zu sagen, ich fahre heute mit dem Rad, weil es gibt auch im ländlichen Raum einen großen Bedarf an sicheren Radwegen. Das E-Bike hatte zum Beispiel ganz andere Möglichkeiten. und eröffnet für mich ist, die Antriebswende, so wie Sie mich gerade fragen nach dem E-Auto, halt ein Pflaster und nicht die Operation. Heißt was? Das heißt für mich, dass wir einfach nur den Antrieb verändern, dass wir den gerukalen CO2-Ausstoß verändern. Wenn ein Auto elektrisch betrieben fährt, ist es besser als ein Benziner, gar keine Frage. Aber wenn es weiterhin 96 Prozent der Zeit steht, dann macht es alle Probleme vom Auto, die wir heute kennen, unter anderem klimaresiliente Räume versiegeln. Tatsache ist im Moment, Sie haben es ja angesprochen, Ja, genau. Was ich spannend fand bei Thorsten Freis von der CDU-Reaktion, war, dass er also es quasi zugestimmt hat, dass es weiter, dass es eben die Situation gerade nicht gut ist, dass eigentlich ausgebaut werden müsste und so weiter. Er hat natürlich die falsche Schlussfolgerung bezogen, indem er gesagt hat, ja, Individualverkehr ist immer noch wichtig. Aber ich fand es eben, das ist eben interessant, weil wenn man eben mit diesem Unabhängigkeits- oder Abhängigkeitsargument reingeht, dann bringt man eben auch die Gegenseite dazu zu sagen, ja, stimmt, ist so, das müssen wir ausbauen und das merkt man auch, wird man auch merken im weiteren Verlauf der Debatte, dass das eigentlich von allen geteilt wird, dass alle sagen, ja, wir müssen auf jeden Fall ausbauen und es muss attraktiver werden, es muss pünktlicher werden, öfter kommen und so weiter und so fort. Und da habe ich so ein bisschen nicht verstanden, warum Katja Diehl dann auch wieder direkt zu den E-Autos ist, sondern eben beim Thema werpt und sagt, ja, genau, genau das können wir machen und genau das sollte das Ziel sein, eben eine Verkehrsoffensive starten, wo wir eben den Stundentakt und die Schienen und so weiter darin investieren. Ja, ich glaube, ich glaube, sie musste da auf irgendwas, sie hat da im Grunde reagiert, weil was der, es stimmt zwar, dass der CDU-Mann da zustimmt, so ein Stück weit bei der Problemanalyse, aber was macht er denn darauf? Er macht das typische Non-Politik-Argument, er erklärt jetzt erstmal 100 Gründe, warum es gerade nicht geht, weil was das so schwierig macht. Und das ist ja immer dieser erste Schritt, den Politiker machen, die eine Veränderung nicht vornehmen wollen, wenn sie, dann machen sie die Non-Politik, dann erklären sie dir, warum es nicht geht. Und dann gibt es immer tausend Gründe. Grundsätzlich ist es ja aber so, dass ein Staat, der in dem politisches Interesse für etwas ist, dass das dann auch umgesetzt wird. Und ich bin mir sehr sicher, wir werden diesen Autobahnausbau bekommen, obwohl den keiner braucht. Ja, so. Also, weil das politische Interesse ausreichend da ist und da kommt komischerweise keiner und erklärt, warum das nicht geht. Ja, ich glaube, Katja ist da in so einem, dann in so einem Defensivmodus und überlegt dann so, womit kann ich jetzt kontern direkt. Ich glaube auch, dass es hier klüger gewesen wäre, auf das, auf den einzugehen und zu sagen, sehen Sie, wir haben ja hier die gleiche Problemanalyse. Wir sehen ja beide, dass ein Problem da ist. Wie können wir das lösen? Wäre, glaube ich, klüger gewesen. Genau, das meint es. Also, man merkt direkt, wenn man nicht davon redet, von Autoprei oder Autos aus den Städten zu verbannen, sondern zu sagen, es geht darum, die Option überhaupt zu schaffen, dass man auch ohne Automobil sein kann, dass die Konservativen dadurch in Bedrängnis kommen, weil sie natürlich nicht sagen können, nein, wir wollen, dass alle vom Auto abhängig sind, was aber de facto bei vielen Menschen der Fall ist. Und dementsprechend müssen sie dann argumentieren, ja, da müssen ja ganz viele Dinge passieren, also das, was du gerade beschrieben hast, und das wäre ja Arbeit. Und das ist aber genau am Ende, also das zeigt, dass sie da in die Defensive kommen. Also das Progressive plötzlich sie in die Defensive zwingen und vor allen Dingen auch aufzeigen, dass plötzlich bei ihrer Seite eine Machtlosigkeit herrscht. Also zu sagen, ja, also so kann man ja keine Wahlen gewinnen, wenn man als Konservativer ständig sagt, ja, das geht aber nicht, das können wir nicht machen. Und weil dann ist die Frage, okay, warum sollte ich dich dann wählen, wenn du am Ende nur sagst, das kann ich alles nicht umsetzen, was du dir wünschst oder was wir eigentlich alle haben wollen, sondern es muss alles so bleiben, wie es ist und du musst vom Auto weiter abhängig sein. Also genau so können sie keine Wahlen gewinnen. Deshalb ist es genau richtig, mit dieser Autounabhängigkeit zu argumentieren und sie damit in Bedrängnis zu bringen. Ja, ja, und hier wäre auch noch eine gute Gelegenheit gewesen, als Progressive oder Progressive in so einer Diskussion diese Gestaltungsmacht des Staates einzubringen, weil eben die Konservativen ja immer sagen, der Staat ist machtlos, wir können dagegen nichts tun und wenn, dann müssen wir das Unternehmen regeln, also dann auch wirklich mal auf dieses Narrativ gehen und sagen, hey, wir können das machen. Das wird auch leider viel zu selten getan, dass man eben dem Staat die Gestaltungsmacht zuspricht und diese Rolle müssen Progressive einnehmen in solchen Diskussionen, weil Konservative werden es nicht tun und wenn wir jetzt mal weiter gucken, gucken wir uns an, was stattdessen von Progressiver Seite kommt. Oh, ich bin gespannt. Ja, oder noch kurz, Konservative macht, also nehmen den Staat schon als Instrument da, also da, wenn es um ihre eigenen Ziele geht. Ja. Autobahn, beim Autobahnbauen ist der Staat ja anscheinend sehr handlungsfähig, wenn es jetzt darum geht, die ganzen Dinge zu machen, die Thorsten Frey gerade gesagt hat, nämlich den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, da ist der Staat auf merkwürdige Art und Weise nicht so handlungsfähig. Also man legt sich das natürlich immer so, wie es gerade passt. Das stimmt. Also man darf nicht den Fehler machen und denken, okay, Konservative sind grundsätzlich gegen einen Staat, der auch handlungsfähig ist und mächtig ist. Es geht wirklich dann in dem Fall um die Frage, welche Interessen stehen dahinter und kommen die eher aus dem progressiven und aus dem konservativen Wertesystem. Ja, Law and Order ist ja so ein typisches konservatives Ding und da können sie den Staat auf einmal sehr, sehr mächtig machen, wenn sie wollen. Also Polizei irgendwie besser ausstatten ist ja ein Dauerthema. Seit 20 Jahren beobachte ich, dass das immer gefordert wird. Die Polizei braucht im Grunde, was weiß ich, noch härtere Schlagstücke oder sowas. Die Gerichte irgendwie besser machen und tralala. Wobei, ich bin ja Cheffe, wenn ich das mal ganz kurz sagen darf, die haben in den Gerichtsstuben immer noch Wählscheibentelefone und Faxgeräte. Nur mal so. Ja, vielleicht mal weniger, vielleicht mal eine Schlagstockstufe weniger und dafür mal ein ordentliches Telefon in die Gerichtsstuben. Wäre vielleicht mal eine Idee. Aber ja, klar, das sind Interessen. Eine konservative, gerade, also man darf das sich auch nicht vertun, konservative stehen ja eigentlich auf den starken Staat. Aber eben für ihre Interessen oder für ihre Ideologie. Ja, Zahl, Sicherheit, Militär, das sind eben die Sachen, die bei konservativen hohen Kurs sind. Die müssen stark sein. Ja. Gut, dann gucken wir mal, was jetzt weitergeht, ne? Ich bin gespannt. Genau, beziehungsweise, also ich würde vielleicht einen kleinen Sprung machen und direkt zu Ricarda Lang. Nee, das sind zwei Minütchen. Genau, und uns an, was Ricarda Lang da sozusagen hat in der Debatte. Die haben wir noch gar nicht gehört jetzt hier in der Diskussion. Da kommt jetzt nämlich so ein Einspieler, wenn man sieht. dass im Verkehrsbereich 14 Mal so viel passieren müsste wie im Moment, um die Klimaziele einzuhalten. Klimaziele einhalten, das klingt gerne mal so ein bisschen technisch, das ist irgendwie eine Berechnung. Da geht es am Ende um nichts anderes als um die Frage, ob und wie gut wir in ein paar Jahrzehnten auf diesem Planeten leben können. Und wenn ich das ernst meine, dann muss ich an verschiedensten Stellen ansetzen. Es gibt nicht die eine einzige Maßnahme, wo man sagt, das muss passieren. Wenn ich sage, ich will eher Geld sparen, brauche ich hartes Ordnungsrecht. Wenn ich sage, bei Ordnungsrecht will ich ein bisschen weniger, muss ich richtig Geld in die Hand nehmen. Dann kann ich aber nicht gleichzeitig 30 Milliarden in Neubau von Autobahnen investieren. Aber was nicht geht, ist auf Ausreden zu setzen. Und da muss man sagen, neue Technologien sind super, aber das wird uns am Ende nicht dorthin bringen, dass wir diese sieben Millionen Tonnen, die jetzt gerade noch fehlen, dass diese Lücke geschlossen wird. Das ist am Ende ein bisschen eine Ausrede, die davon ablenkt, was wirklich passieren muss. Und da ich im Beirat von Winfried Herrmann bin, möchte ich bitte, bevor er hier als der E-Fuel-Minister im Raum stehen bleibt, er macht Mobilität 2030, er will im ländlichen Raum Stundentakte, Halbstundentakte und On-Demand-Rufbus-Systeme. Und es ist schade, dass sie jetzt da die E-Fuel so nach vorne bringen, weil mir ist viel wichtiger, dieses Signal, was er da gesetzt hat. Ganz klar, Führungspersönlichkeit zu sein, zu sagen, das ist meine Vision, im ländlichen Raum unabhängig mobil zu sein. Und er hat auch ein tolles Projekt, dass Menschen zum Beispiel, die den Führerschein machen, lernen eine Stunde Carsharing. Da stand ich neben einem Fahrlehrer, der zu mir sagte, ich hätte bisher mal gedacht, das ist eine Konkurrenz zu uns, aber die brauchen ja immer noch einen Führerschein. Also so das Denken auch zu verändern, dass man halt ein Auto nicht benutzen kann, aber nicht besitzen muss, da müssen wir rein. Weil genau, was gerade gesagt wurde, Technologie ist das Dritte. Wir müssen Verkehre vermeiden, verlagern und dann erst geht es in die Technologie. Aber ich sehe den Widerspruch gar nicht, Krodil. Ah, er sieht den Widerspruch gar nicht. Das ist ein schöner Cliffhanger gemacht. Und wie es weiter geht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Nein, Spaß. Das ist auch so ein rhetorischer Trick. Also sie macht ja gar keinen Widerspruch auf, aber er tritt einfach so. Ja, ja, ja. Und ist halt einfach wieder sehr gut geschult. Ja, können wir gleich uns auch nochmal angucken. Ja, die FDP ist ja immer in der Debatte immer so die Grünen dann in die Ecke zu treiben. Ja, ihr wollt ja nur das und das, aber wir wollen das für alle. Wir wollen auf die Autobahn und wollen das auch für alle. Ihr wollt ja nur die Autos alle verbrennen. Dann sagen die Grünen, nein, das macht CO2. Ja, es passiert das sehr oft, dass sich dann, also FDP und CDU und solche Diskussionen als inklusiver darstellen, als die VertreterInnen der eher noch kohresiven Parteien. Und das ist natürlich ein Problem, weil es müsste genau umgekehrt sein, weil gerade CDU und FDP natürlich hochexklusiven Politik machen, also exklusiv im Sinne von nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Was mir eben aufgefallen ist, dass Ricarda Lang hier sehr, ich hätte es sogar selber gesagt, sehr technisch argumentiert und von den Klimazielen spricht. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in sehr vielen Diskussionen hören. Wir müssen die Klimaziele einhalten. Das ist A und O. Und das ist natürlich in so einer Diskussion, wo es ganz viel darum geht, hey, wie können wir den Menschen im Alltag helfen? Wie können wir sie vom Auto unabhängig machen? Zieht das halt einfach auf der Debatte komplett die Energie raus, dann irgendwie von Klimazielen zu sprechen, weil niemand kann damit so richtig was anfangen. Ich meine, wie oft hat man sich schon Ziele gesetzt und die nicht eingehalten und was ist dann passiert? Nichts. Und das ist wirklich für die Klimakatastrophe und deren Verhinderung ist das ein Riesenproblem. Jetzt nicht nur für die Debatte, sondern auch insgesamt, wo das Thema vorkommt. Ja, das ist das. Also, ja, ich dachte auch so, jetzt will sie es auf diese ganz abstrakte Ebene führen, wo Leute das wenig nachvollziehen können. Sie hat natürlich inhaltlich recht, das muss man gar nicht irgendwie bestreiten. Aber er sitzt halt, ich mache es mal ein bisschen plakativ, sitzt da Bernd, der Bandarbeiter davor, guckt sich das an und denkt sich, ja, halten wir den Klimazieler ein und wie komme ich dann zur Arbeit? Ja, so. Also, das ist so ein bisschen das Problem. Du musst ihn also da packen, wo seine Probleme sind. Und wenn er eine gute öffentliche Verkehrsverbindung hätte, führt er damit vielleicht zur Arbeit fahren. Ja, also, ich habe das ja gemerkt hier in, ich habe eine Zeit lang in Dortmund-Applerbeck gearbeitet und bin da immer mit dem Fahrrad hingefahren und habe dann immer morgens gemerkt, wie ich die auf der B1 die ganzen Autofahrer, weil die alle im Stau standen, alle überholt habe, ich bin komplett an denen vorbeigefahren. Ich war auch immer vor Leuten, ich war auch immer früher bei der Arbeit als manche Kollegen, die aus einer ähnlichen Ecke kommen, wie ich, weil die einfach morgens im Stau standen und ich hatte es so viel bequemer, natürlich jetzt bei Regentagen und so war Scheiße, Fahrrad zu fahren, machen wir es nicht schöner, als es ist. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich darauf einlässt, kann das auch Vorteile haben und diese Vorteile, die musst du halt den Leuten vermitteln und da hilft es nichts zu sagen, ja und jetzt ist dein CO2-Fußabdruck kleiner, Bernd. Das bringt ihm nichts, wenn er nicht zur Arbeit kommt, leider. 100 Prozent. Ja, Vorteile finden sehr wenig statt, also Katja Dier macht das so ein bisschen am Rande, das haben wir eben auch nochmal gesagt, ist das gut, dass sie direkt von, wieder weggelenkt hat von dem Thema Klimaziele, sie kam ja direkt nach Fükkader lang und direkt wieder auch das Thema, sie möchte, dass man eben frei entscheiden kann, welches Verkehrsmittel man wählt, aber eben auch diese Vorteile, dass es wirklich günstiger sein kann, dass es bequemer sein kann, dass es eine Zeitersparnis sein kann, wenn es gut gemacht ist, das findet sehr wenig statt und das ist schade, weil, also wenn es eben mit solchen, es ist ja ein wichtiges Format, Anne Will, wenn das in solchen Formaten nicht vorkommt, wie soll das dann natürlich auch in die Köpfe der Menschen und wie sollen dann dafür Mehrheiten entstehen für den Ausbau der Schiene und des öffentlichen Nahverkehrs. Ja, so. Ja, da kommen wir auch wieder den Bogenspann zu, was wir in der letzten, in der letzten Talkshow besandert haben, auch hier sind die Progressive, nehmen nicht das Wohlstands-Narrativ für sich an und sagen, es geht hier wieder um Wohlstand, es geht darum. Wohlstand bedeutet, dass ich mobil zur Arbeit komme, bequem, schnell, günstig und wenn wir das nicht mehr mit fossilen Individualverkehr machen können, aufgrund der Klimakatastrophe, dann müssen wir das anders organisieren, damit wir weiterhin schnell, bequem, günstig zur Arbeit kommen und wenn das die Bahn ist oder eben ein Bus oder was auch immer, was halt deutlich besser ausgebaut sein muss, dann müssen wir jetzt quasi, spätestens jetzt eigentlich schon für Frühjahr, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren hätte man schon anfangen müssen, müssten wir eigentlich anfangen, diese Mobilität zu transformieren, um eben weiterhin unseren Wohlstand, was ja letztendlich in dem Part bedeutet, von A nach B zu kommen. Ja. Wenn wir den erhalten wollen und das mit dem Auto, mit dem Verbrenner nicht mehr funktioniert, dann müssen wir eben eine andere Lösung finden, die gibt es auch schon, aber die müssen dann eben auch ausgebaut werden und unterstützt werden und finanziert werden und all das nennt Ricard leider nicht, sondern sie spricht eben von diffusen Klimazielen, die irgendwie eingehalten werden müssen, aber geht gar nicht auf diese reale Ebene, die Menschen letztendlich auch verstehen und auch für sie selber, auch für die Grünen, auch für die Klimabewegung, wäre das ja viel hilfreicher zu sagen, es geht uns darum, dass wir weiter alle hinmobil sein können und nicht einfach quasi weiter fossil fahren, bis uns der Planet auseinanderbricht. Also das ist ja echt die Idee. Also es fehlt eigentlich auch um den Wohlstand zu erhalten und zu schützen. Das ist eigentlich die Position, die die Klimabewegung und die die Grünen und alle anderen, die für Klimaschutz sind, einnehmen müsste. Es geht darum, den Wohlstand zu schützen. Wir wollen weiterhin, auch die letzte Generation, setzt sich auf die Straße, um Wohlstand zu schützen, nicht um Wohlstand zu zerstören. Und das könnte ja gerade ein Undockding sein für diesen konservativen Teil der Grünen. Also Wohlstand konservieren, sozusagen. Also das ist mir immer auch nicht ganz verständlich, warum da nicht etwas Schlagfertigeres kommt, etwas Griffigeres, als so, ja, wir müssen die Klimaziele einhalten. Ja, okay, sagen alle ja, wissen wir. Aber wie konkret? Ich meine, Dorpinsel hier schreibt, keine Frage, aber auch keine Forderung. Es geht einfach nichts oder wie. Genau so bleibt man da nämlich zurück mit so einer Frage. Ja, was genau machst du denn jetzt, Ricarda? Was ist jetzt das Ziel? Was bekomme ich, keine Ahnung, bessere ÖPNV? Bekommt jeder ein Gratis-Fahrrad? Oder was ist jetzt die Idee? Ja, so. Ja, das stich so ein bisschen an an das, was wir eben besprochen haben in der Maybrit-Öner-Sendung. Dadurch, dass sich Konservative so dieses Wohlstands-Narrativ so für sich vereinnahmt haben, habe ich manchmal den Eindruck, dass sich Progressive gar nicht trauen, das für sich zu vereinnahmen. Aber es geht eben genau darum. Also es geht wirklich um den Erhalt unserer Lebensgrundlagen und des Wohlstandes bei dem Thema Klimakrise und Klimaziele einhalten. Und ja, das sollten eben, und Progressive müssen sich dann wirklich immer wieder klar machen, dass Wohlstand kein konservat, also kein exklusiver Wert der Konservativen ist. Auch wieder, jetzt hier wieder Bezug auf Wohlstand für alle, Podcast von Wolfgang M. Schmidt und Ole Niemann. Wohlstand für alle ist das progressive Narrativ schlechthin. Das wollen wir. Wir wollen Menschen aus der Armut befreien und wollen ein besseres Leben für alle. Und das können wir eben nur, wenn wir die Klimakrise angehen. Das muss das sein. So ist es. Wollen wir mal weiter gucken? Oder haben wir einen anderen Teil? Gerne, gerne. Ich gucke gerade noch mal. Es geht, glaube ich, direkt weiter. Genau, wir gucken uns direkt weiter. Den Cliffhanger. Ganz kurz zurück und dann machen wir mit dem Cliffhanger weiter. Aber was gerade gesagt wurde, Technologie ist das Dritte. Wir müssen Verkehre vermeiden, verlagern und dann erst geht es in die Technologie. Ich sehe den Widerstand gar nicht, Krodil. Also natürlich, wir sind beispielsweise, arbeiten wir am Deutschlandtag, damit ÖPNV, damit Schienenverkehr attraktiver wird. Das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also ich würde nicht sagen, wir sollten alles auf eine Karte setzen, sondern auf verschiedene Karten. Und ich war, da dem Windspiel Herrmann sehr dankbar, dass er Robert Habeck aufgeportet hat, diese E-Fuel zuzulassen. Das ist nur eine Option. Aber nochmal, es geht um 46 Millionen Verbrennerautos. Da können wir doch nicht den Menschen sagen, ihr habt Pech gehabt. Und liebe Ricarda Lang, ich schätze dich, aber jetzt zu sagen, da müsste das Ordnungsrecht nehmen, was heißt das denn konkret? Heißt das dann, dass Menschen nicht mehr ihr Auto benutzen dürfen? Das kann, glaube ich, für unsere Regierungskoalition ja keine Option sein, sondern wir müssen diesen Menschen die Möglichkeit geben, in Zukunft klimaneutral unterwegs zu sein. Deswegen macht es doch keinen Sinn, eine Option einfach auszuschließen, die niemandem wehtut, sondern die zu mehr Klimaneutralität führen kann. Also natürlich geht es darum, ich kann mal drei ganz konkrete Dinge nennen. Das Erste wäre ein Abbau von umweltschädlichen Subventionen, zum Beispiel am Dienstwagenprivileg. Also endlich keine Anreize mehr für Verbrenner setzen. Das Zweite, ich weiß, das ist bei euch ein empfindliches Thema, aber wäre natürlich ein Tempolimit, wodurch man übrigens auch Stau vermeiden könnte und beim Klimaschutz voran können. Das Dritte sind massive Investitionen auf deutlich mehr, als wir es bisher haben, in die Schiene. Das wäre ein kurzer Maßnahmenkatalog, es gibt noch deutlich, deutlich mehr. Aber was nicht geht, ist am Ende an jeder Stelle Nein zu sagen, die auf eine Technologie zu berufen, die vielleicht ein kleiner Teil der Lösung sein kann. Da bin ich überhaupt nicht dagegen. Aber das ist sicher keine Lösung, was Sie vorgetragen haben. Aber natürlich auch den Weg versperrt, das muss man sagen, wo es bei der Antriebswende hingeht. Denn das ist klar die Elektromobilität. Antriebswende meint man als Setscher für andere. Genau, da hat sich ja die Automobilindustrie übrigens mittlerweile auch klar entschieden, so wie die Europäische Union. Und wir werden am Ende beides brauchen. Wir werden eine Antriebswende brauchen, das heißt, dass wir vor allem auf Elektromobilität setzen, dass wir wegkommen vom Verbrenner und Menschen klimaneutral Auto fahren können. Und zweitens werden wir gleich eine Verkehrswende brauchen, dass Menschen übrigens egal, ob sie in der Stadt oder auf dem Land leben, Dreier entscheiden können, bin ich mit dem Auto unterwegs, bin ich mit der Bahn unterwegs, bin ich mit dem Fahrrad unterwegs. All das braucht aber mehr als Sprechblasen, sondern es braucht ganz konkrete Maßnahmen. Mein Ziel sagen meine sind es nicht. Welche sind irre? Ich glaube, das stoppt mir jetzt mal einiges gesagt. Vielleicht bevor wir einmal darauf eingehen, ich fand, wenn es so fanden war, im Chat kam gerade kein Dienstwagen, dann hätte ich in der ambulanten Pflege ein Problem. Genau, da bemerkt man schon das Problem in der Kommunikation. Also wenn von Ricarda rüberkommt, dass sie den Menschen ihren Dienstwagen wegnehmen möchte, aber gerade die Menschen, die einen Dienstwagen brauchen, dann kommuniziert sie nicht gut. Aber das ist sicherlich nicht ihr Ziel. Ja, also es geht grundsätzlich beim Dienstwagenprivileg, ich bin da jetzt nicht ganz tief drin, aber es geht jetzt nicht um Leute, die wirklich angewiesen sind auf diesen Wagen, wie die mobile Pflege. Ich meine, bei dir ist ja dann, die ambulante Pflege ist ja literary angewiesen, die kann ja gar nicht anders arbeiten. es geht um so Fragen, ich glaube Dienstwagen im politischen Betrieb und Dienstwagen für Unternehmen, also so als Goodie, wenn die das an ihre Mitarbeiter sozusagen vergeben, statt einen ordentlichen Lohn zu zahlen zum Beispiel. Hier hast du einen Dienstwagen, ich glaube darum geht es dabei. Also es geht nicht darum, an den Stellen das wegzunehmen, wo es nötig ist, aber ja, Ricarda Lang müsste das hier eigentlich mal irgendwie klarstellen oder anders kommunizieren. Ja, das ist immer das Problem, wenn man auch Begriffe benutzt, die nicht eindeutig sind. Das machen, ja, das erlebe ich auch sehr viel bei Grünen und es wirkt halt auch sehr oft dann auch irgendwie elitär und nicht so anschlussfähig und gleichzeitig ist das natürlich extrem für den Interpretationsspielraum, den dann die Gegner in solchen Diskussionen natürlich aufgreifen können und für sich nutzen können. Zum Beispiel hat sie von Ordnungsrecht gesprochen, niemand weiß, was damit gemeint ist. Was hat hier Christian Dürr gemacht, er meinte, ja, sie wollen jetzt hier Leuten verbieten oder das Auto wegnehmen natürlich und da ist sie natürlich sofort wieder ein Rechtfertigungsdruck und das hätte sie halt vermeiden können, indem sie von vornherein klar sagt, was sie sich vorstellt. Hat sie ja dann ja auch gemacht mit diesen drei konkreten Positionen, da hätte ich mir echt gewünscht, dass sie das schon viel früher auspackt, schon viel früher auf so eine lösungsorientierte Ebene geht. Ja. Dorpinsel88 schreibt, finde ich eigentlich ganz gut, schreibt nämlich, das war aber dennoch wesentlich besser, konkrete Forderungen und keine Fragen, also er vergleicht das mit dem Bürgermeister, den wir gerade gehört haben, der erstmal nur Fragen gestellt hat und dann eben noch die Challenge gegen den CDUler, die ich übrigens auch gut fand, wie sie so sagt. Ja, ich weiß, das ist für euch ein schwieriges Thema, so, hier, das, ja, nur wissen wir ja auch, dass das Tempolimit wieder so ein Ding ist, an dem mehr Leute hängen, als man meint, oft, oder nehme ich das nur so wahr? Ich bin mir da manchmal nicht so sicher, weil also statistisch gesehen ist es ja so, dass eine Mehrheit für ein Tempolimit wäre. Aber ich manchmal, wenn man so guckt, wie viele Leute da mit Herzblut dafür kämpfen, mit 200 Sachen über die Autobahn zu fahren, dann frage ich mich manchmal, ob das, vielleicht, vielleicht interpretiert die Union das auch falsch. Vielleicht interpretiert die das falsch, weil sie immer wieder solche Social Media Kommentare sehen, wo Leute sagen, ich will mit 200 über die Autobahn rasen. Ich weiß es nicht. Das sind vielleicht gesellschaftliche Mehrheiten, aber nicht unbedingt politische. Das sind immer noch zwei unterschiedliche Schuhe, ob du dann auch wirklich im Parlament die Mehrheiten organisieren kannst, um dann sowas durchzusetzen. Aber genau, was eben gesagt wurde, dass Ricarda Lang da ganz klar die Forderung runter oder die klaren Inhalte von ihrem Programm dann auch runtergeredet hat und dann auch direkt gesagt, das sind konkrete Lösungen, welche Lösung haben sie? Also, dass sie auch dann wirklich mal in die Offensive gegangen ist. Das hat mir sehr gut gefallen und das ist auch notwendig, dass wir das tun in solchen Diskussionen. Ja, so ist es. Ja, ich bin jetzt ein bisschen gespannt, weil der Bürgermeister ist ja schon ganz nervös. Der will ja, der will ja jetzt auf sie eingehen. Ah, hi, grüß dich. Gehen wir mal weiter dann. Ja, mach mal weiter. Ja, das kann ich Ihnen gerne beantworten. Also, ich finde, das hat sehr viel Belehrendes, das hat sehr viel Bevormundendes. Ich fände es sehr viel besser, wenn man in Anreizen diskutiert. Also, wenn Sie sich mal anschauen, was Sie erreichen können durch ein Tempolimit beispielsweise. Weniger als ein Prozent der CO2-Emissionen ließen sich dadurch reduzieren. Vieles andere mehr. Moment. Man könnte hier auf neue Technologie setzen. Beispielsweise Telematik. Beispielsweise... Allgemeines Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde bringt eine CO2-Reduktion von 4,5 bis zu 6,7 Millionen Tonnen pro Jahr. Das wären fast die sieben, die es braucht. Vor allem in einem bereit. Und wir haben in Deutschland einen CO2-Ausstoß im Jahr von 675 Millionen Tonnen. Naja. Also, stimmt das mit dem? Aber ein kleines Thema macht auch Mist. Ich glaube, das sagen Sie bei der AKW-Debatte auch. Ja, selbstverständlich. Und ganz ehrlich, 4,5 Millionen bis 7 Millionen, das ist doch Wahnsinn. Und wissen Sie, was ein zusätzliches Kohlekraftwerk in Deutschland an CO2-Ausstoß hat? Das ist aber in der Debatte jetzt verkehrt, wie wir gerade sind. Sie hat es doch gerade angesprochen. Nein, Sie hatten es angesprochen. Nein, weil Sie die Kernkraftwerke nicht weiterlaufen ist. Und da habe ich gedacht, ach, das kann man sich ja kurz noch mal angucken, wie viel es in Wahrheit doch bringt. Ja, 1% etwa. Und wenn Sie ein Kohlekraftwerk vom Netz nehmen würden, das nur deshalb am Netz ist, weil Sie auf Kernkraft jetzt verzichten möchte, die Koalition, dann ist es das Dreifache davon. Ganz egal, aber der Wertwende ist getrunken. Deswegen, glaube ich, muss man das eine ins Verhältnis zum anderen setzen. Aber vielleicht geht es nur so, dass man alles macht, um CO2 zu reduzieren. Der Herr Dürr hat das doch angesprochen. E-Fuels können in Deutschland nicht eingesetzt werden. Das hat er nicht gesagt. Ja, bisher schon. Und deswegen, ich finde, es ist zum Beispiel ganz entscheidend, dass die Politik klare Vorgaben macht. Ja, wir wollen hin zur CO2-Neutralität. Es ist aber nicht richtig zu sagen, das muss auf diesem Weg sein. Aber Sie können doch nicht einen Zustand erhalten, wo wir fast 49 Millionen Autos haben, die meistens stehen. Also Sie müssen doch auch an den Bestand, in die Reduktion gehen. Steigende Zulassungszeilen sind ein Indiz verfehlter Verkehrspolitik. Nein. Auf jeden Fall. Natürlich nicht. Also Sie sagen natürlich, jedes Auto ist etwas Schlechtes. Das sage ich nicht. Ich sage, das ist eine falsche Aussage. Die teile ich ausdrücklich nicht. Ja, dann haben Sie sich auch mit meiner Arbeit nicht beschäftigt. Natürlich würde es weiterhin Menschen geben, zum Beispiel mit bestimmten Behinderungen oder in bestimmten ländlichen Gebieten, die auch gerne ein kleines vollelektrisches Auto fahren. Aber kommen Sie mal zu mir nach Hamburg, Eimsbüttel, da denken Sie den Notfallbericht aus. Was für Geländewagen da stehen, was für SUVs, was für Vans. Ich habe auch ein Recht auf Lebensqualität in der Stadt. Und wir müssen doch in die Diskussion rein, macht es Sinn? Müssen wir wirklich so tun, als wenn wir gerade im Garten Eden sitzen? Nein. Der Zustand, den wir gerade haben, ist schlecht. Und den können wir besser machen für alle. Damit die mobil sein können, die wirklich ein Auto brauchen und alle anderen können anders untergehen. Sie möchten anderen erklären, wie Sie leben sollen. Nein. Ich finde es legitim zu sagen, wir müssen hin zur CO2-Neutralität. Aber ich würde niemals einen Satz unterschreiben, der da lautet, wir brauchen weniger Autos. Und ich würde auch nicht sagen, dass Ihre Lebensqualität dadurch besser würde, sondern es ist eine Frage des Managements, wie man es organisiert. Und da können Sie doch nicht fundamental sagen, Autos sind schlecht. Herr Alexander, ich hole Sie in die... Er macht mich aggro. Er ist schlimm. Ich muss sagen, er war ja eigentlich sehr in der Defensive. Also von allen Seiten hat er sehr schlecht argumentiert. Er hat auch gemerkt, dass er in der Defensive ist. Und eigentlich ist es schade, fand ich jetzt in dem Moment, dass Katja die Diskussion wieder aufgebrochen hat und wieder ein falsches Bild gezeichnet hat von Lebensqualität ihre persönliche in der Stadt. Weil er war eigentlich sehr in der Defensive und man hätte da noch viel weiter reingehen können. Und jetzt hat er erst am Anfang wieder... Also eigentlich das sein Ausgangsstatement war ja, ich finde es nicht gut, es hat alles was Belehrendes und Menschen forschen, was ja überhaupt nicht der Fall ist, sondern es wurde die ganze Zeit gesagt, wir wollen den Menschen mehr Freiheiten geben. Wir wollen, dass sie die Wahl haben, ob sie das Auto nehmen oder eben die Bahn oder den Bus oder das Fahrrad. Diese Wahl besteht gerade nicht, also mehr Freiheit. Und deshalb ist seine Argumentation eigentlich ins Leere gelaufen. Aber dann hat Katja leider das wieder mit reingeholt, als es darum ging, ja, ich sage zwar nicht, dass dieses Auto schlecht ist, aber wir müssen den Bestand reduzieren, was ja eine Aussage ist, die man treffen kann. Aber dann wieder auf so eine individuelle Ebene zu gehen und zu sagen, ja, diese scheiß Geländewagen sozusagen, das hat sie so weit völlig nicht gesagt, aber die bei mir in Hamburg in der Stadt rumstehen, das geht ja gar nicht. Also sie ist plötzlich wieder von einer eigentlich strukturellen, positiven Ebene auf so eine individuelle Ebene gegangen, was ihr persönliches Erleben ist, was aber jetzt in der Situation leider sehr geschadet hat, weil eigentlich war er voll in der Defensive und sie hätte ihn noch richtig weiter da reinbringen können und das hat ihm jetzt eigentlich geholfen, da ein bisschen rauszukommen, weil er jetzt sein Eingangsstatement, was ja war, Sie haben was Belehrendes, jetzt in Katja leider bestätigt gesehen hat. Genau, und konnte er dann auch zu seinem Ausgangsstatement machen und dann sozusagen den Sack zumachen. Ja, ich meine, und er war schon hart auf dem Glatteis, weil er ja erst anfängt mit das Tempo, damit bringt gar nicht so viel und dann kommt ja Anne Will, übrigens gerade wie bei Maybrit Illner, auf einmal ist es Anne Will selber, die Moderatorin selber, die da hart in das progressive Ding reingeht und sagt, naja, das stimmt ja gar nicht, ich habe ja hier die Zahlen, so, und dann kommt der Glockensstatement, was ist das auf einmal bei Atomkraftwerken? Es war auch sehr gut, dass Katja und Riccardo auch reingegangen sind. Wir sind hier gerade beim Thema Verkehr, das ist auch ein netter Schafzug dann, er merkt, er ist in der Defensive, also wechselt er einfach mal komplett die Industrie und den Bereich des Lebens und sagt, ah, jetzt geht es auf einmal um Energie, nicht mehr um Verkehr, weil wir wollen ja nicht Tempolimit, wir wollen ja weiter Autobahnen bauen und eigentlich müssen wir aber wirklich den Bestand reduzieren und dafür sorgen, dass Leute auch ohne Auto günstig und schnell von A nach B kommen, aber zuttern einfach nicht, damit er dann, wurde er krass in eine Ecke gedrängt, aber dann leider hat in dem Moment Katja beholfen, ihm so ein bisschen da wieder rauszuholen. Eine Kleinigkeit noch, dann würde ich gerne kurz auf eine Frage aus dem Chat eingehen. Einer Stelle ging sie kurz in die richtige Richtung, weil da sagt sie so ganz kurz, naja, wir wollen das ja irgendwie für alle besser machen oder irgendwie so den genauen Wortlaut nicht mehr. aber da baut sie dann leider nicht drauf auf, was echt schade ist, weil es hätte sie, da hätte sie genau das machen müssen, sie hätte sagen müssen, das stimmt ja gar nicht, wir wollen, dass die Leute sagen, heute können wir mit der Bahn fahren, mit dem Fahrrad fahren, mit dem Bus, mit dem Auto, wie sie, wie es ihrer Lebenssituation angemessen ist. Ich glaube, das versucht sie zu sagen, an der Stelle, wo, wo, wo er irgendwie das erste Mal sagt, sie sind eine Autohasserin, hat er jetzt nicht wörtlich, aber das ist ja so der, was dann hängen bleibt und sie dann so sagt, ja, nee, das stimmt ja gar nicht, bei mir, in meiner Welt fahren die Menschen mit Behinderung oder so fahren immer noch Auto, so ungefähr, ja, was, was leider, ja, zu speziell ist, so, also, das spricht die meisten Menschen dann in dem Fall leider nicht, aber, was ich genauso, also eigentlich, dieses Argument, er hat gesagt, ich sehe das nicht, so, dass wir den Autobestand reduzieren sollen, da hätte man ja super drauf kontern können und sagen können, okay, also sie wollen, dass die Menschen weiterhin im Stau stehen, weil je mehr Autos wir haben, desto voller sind die Straßen, desto langsamer sind die Autos unterwegs, also man kann es auch komplett umdrehen und sagen, wenn sie wollen, dass Menschen schneller mit dem Auto unterwegs sind, dass es weniger Verkehrsunfälle gibt, dass Menschen weniger im Stau stehen, dann ist es doch umso besser, wenn immer mehr Menschen die Möglichkeit haben, eben nicht das Auto zu nehmen, weil, wenn mehr Leute auf die Bahn umsteigen, auf den Bus umsteigen, aufs Rad umsteigen, dann werden auch die Straßenlehrer, dann gibt es auch weniger Verkehrsunfälle und die Menschen kommen auch schneller zur Arbeit und stehen vielleicht sogar auf dem Weg zur Arbeit nicht mehr im Stau, also eigentlich ist doch jeder Autofahrerin, jeder Autofahrer, der gerne Auto fährt und sich das dann noch weiterhin leisten kann und möchte, der kreuzigt doch auf, wenn die Straßenlehrer sind, also das ist doch ein totales, blödes Argument zu sagen, nee, wir wollen weit, dass es mehr Autos gibt, weil das heißt, einfach vollere Straßen, wer möchte das denn? Ja, hier Dorpinsel fragt, was haltet ihr von der Situation, dass man davon einfach dieses Umframing dieses CDU-Lers aufzeigt und ihn damit konfrontiert? Also wenn er sowas macht wie gerade, dass man ihn, aber können wir einfach mal kurz stehen lassen, dass man ihn direkt konfrontiert und sagt, na, hören Sie mal, was Sie hier machen, ja, ist aber nicht so nice hier, Sie drehen mir ja gerade das Wort im Mund um sozusagen, ja? Ja, würde ich nicht unbedingt empfehlen, weil man darf nicht vergessen, in solchen Talkshows hat man ja so wenig Redezeit und wenn man dann wieder daraus eingeht und erst mal so die Diskussion in so einer Meta-Ebene einordnet, dann verstreicht man natürlich Redezeit, die man eigentlich für die Kommunikation der eigenen Werten und Positionen nutzen könnte. Wenn jetzt natürlich eine Person irgendwie komplette Falschinformationen verbreitet, dann sollte man das auch klar machen, weil man darf immer nicht vergessen, in diesen Talkshows spricht man ja nicht unbedingt mit den anderen Leuten im Podium, sondern eher mit den Zuschauern draußen vor dem Fernseher und genau, das ist dann was anderes, aber ich würde da nicht auf eine Meta-Ebene einsteigen, sondern wenn das passiert, wenn so ein Whatabout-isens oder vier Jahre auf der Welt wenn das passiert, dann einfach selbst wieder zurück zum Thema lenken und in dem Fall wäre das ja, wie Max gerade schon geschildert hat, auch wieder so dieses klare Unabhängigkeitsargument und Vorteile von einer guten Verkehrskolitik einfach konsequent wieder darauf zurück lenken. Wir hatten ja auch noch einen zweiten Kommentar, das haben wir, glaube ich, im letzten Stream auch gesagt. Ja, wir sind hier gerade in einer Position, in der es einfach ist, zu stoppen, der anzuschauen. Wir haben uns das natürlich auch angeschaut und natürlich ist es viel schwieriger in der Situation das zu machen. Also wir nehmen das jetzt auch gar nicht den Menschen übel, dass sie das dann nicht perfekt abliefern, sondern wollen nur darauf hinweisen, dass es leider in häufigen Diskussionen so statt, also nehmen wir das wahr, dass die Progressiven sich dann doch eher in der Defensive befinden und dass auf der konservativen Seite aber eine Vorbereitung stattgefunden hat. Also das kann man schon deutlich sehen, dass da rhetorisch, aber auch eben die Narrative viel besser sitzen und dann auch in dem Moment, in dem es da wirklich anstrengend ist, aber dann abgerufen werden können und auch entgegnet werden können. Genau, deshalb ist eben auch Teil dann unserer Arbeit zu sagen, wir müssen diese Narrative, diese progressive Narrative auch entwickeln und auch wiederholen, damit Menschen, die auch parat haben, wenn sie die dann in solchen Diskussionen, bestenfalls, aber eben auch einfach zu Hause oder immer noch immer, man mit Freunden vielleicht diskutiert, dass man die parat hat, weil die sind leider nicht in unserem Diskurs, sie finden wenig statt und dadurch sind sie für uns auch nicht so zugänglich. Deshalb können wir auch in solchen Diskussionen manchmal nicht so reagieren, wie wir es vielleicht gerne wollten. Ja, so ist es. Geht es hier jetzt gleich bei ihm noch weiter oder springen wir jetzt? Wir würden tatsächlich gerne springen und zwar zu Robin Alexander von der Welt. Da haben wir das Bild drauf. Die Springer, die Springer Menschen, wobei ich ja gerade im Vorgespräch schon gesagt habe, also Robin Alexander gehört noch zu den erträglicheren Springerleuten. Bei ihm habe ich den Eindruck, dass er nicht ganz so ein übler Populist und Demagoge ist. Also wenn Ulf Poscher da jetzt gesessen hätte, ei, 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 oh, aber Robin Alexander geht meistens auch. Ja, bin ich mal gespannt, was ihr da habt. Ja, super. Ich merke gerade, es ist so streng gar nicht, sonst geht es weiter. Aber es ist jetzt so ein bisschen, also wir verlassen jetzt mal so ein bisschen diese Whataboutism-Debatte und Robin Alexander ortet das eigentlich ganz schön ein, aber nennen Sie es mal an. Erkennen Sie im Moment einen echten Ansatz, der bei der im Moment regierenden Bundesregierung uns sagen würde, ja, ja, die haben das, was sie immer behauptet haben, wirklich im Blick. Nämlich einen Fortbild zu erreichen, der auch bedeutet, dass man in jedem Sektor die Klimaziele einhält. Also den Willen würde ich denen nicht absprechen. Die haben halt nur unterschiedliche Ideen. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass gerade ein Momentum verspielt wird. Weil was ist politisch geschehen? Durch diese schnellen LNG-Terminals, die ja sozusagen Reaktionen auf ein großes Unglück waren. Also Putin drohte uns das Gas abzustellen, deshalb musste das wie ganz schnell durchgezogen werden und es hat geklappt. Ja. Es hat in Deutschland geklappt, etwas, was nötig ist, schnell zu bauen. So, und jetzt wäre doch naheliegend zu sagen, jetzt überlegen wir mal, wie wir das immer machen können. Das wäre doch für alle besser. Und stattdessen führen wir jetzt eine Diskussion, dein Auto ist böse und du willst mein Leben ändern und wir leben nicht. Also wir sind wieder auf dieser Individualebene und das ist total schade. Aber Herr Alexander, würden Sie dann Autobahnen neu bauen oder würden Sie in die Sanierung investieren? Es ist doch gar kein prinzipieller Gegensatz. Also wenn eine Autobahn kapit ist, dann bin ich sehr dafür, die zu referieren, weil sonst ist es, glaube ich, gefährlich. Ich glaube, das sind wir uns alle an. Und wenn etwas neu gebaut werden muss, damit die Leute nicht ewig im Stau stehen, dann scheint mir das aufklausibel. Aber das ist doch kein Ding, dass man gegeneinander verhandelt. Wenn Sie hier in Berlin ist jetzt Wahlkampf und es wirkt, da sagen die Grünen, wir sind gegen die Autos und die CDU und die FDP sagen, wir sind für die Autos. Aber die allermeisten Wähler gehen zu Fuß, haben Fahrräder, haben Monatsticket und haben ein Auto. Die Politik führt ein Theater auf, das bei den Menschen gar nicht da ist. Und das ist total schade, weil durch diese LNG-Erfahrung könnte man sagen, alle waren Sprung nach vorne und dann wird das Windrad schneller gebaut und wenn die Straße kaputt ist, wird sie schneller saniert und, und, und. Und dann hätten alle gewonnen und dann kann man ja wieder zurück in das ideologische Theater. Aber ich habe verstanden, dass man nicht alles gleichzeitig hat. Ich fand das gut tatsächlich jetzt. Ich fand das auch nicht gut jetzt. Also ich glaube, ihr spricht eben aus, was viele Menschen denken. So, ey, hört doch mal auf, euch hier die ganze Zeit mit euren Parteien und euch versucht, hier die ganze Zeit Wahlkampf zu machen, sondern überlegt doch mal, wie ihr das Leben für uns verbessern könnt. Das sind wahrscheinlich so die, wie was die meisten Zuschauer denken. Und, ja, und er, glaube ich, hat auf ein sehr, ja, irgendwie eine relativ konstruktive Herangehensweise an diese Problematik. Und, ja, er ist tatsächlich überrascht. Und was mich so ein bisschen verwundert hat in der Diskussion, also das Witzige ist ja, dass Dürr ihm auch zustimmt. Dabei wurde ja sozusagen auch angefeindet, weil er hat ja ganz klar gesagt, ja, los, hört doch mal auf mit diesen ideologischen Debatten und von denen, die einen sagen, böses Auto und die anderen sagen, Verbietungsökos. Und Dürr hat dann inzwischen durch so zugestimmt und sie sagt, das fand ich witzig, dass er aufgemeint ist. Und ich habe aber gesehen, dass Ricarda und Katja eher, glaube ich, also, glaube ich, die diesen Angriff ja dann doch aufgenommen haben. Und das sollte natürlich dann nicht passieren, sondern in dem Fall wäre es dann, wäre es eigentlich gut gewesen, zuzustimmen und zu sagen, so, ja, wir wollen eine pragmatische Lösung und wir wollen an diese Geschwindigkeit jetzt anknüpfen und wir haben auch keinen Bock auf diese Debatten über böses Auto und Verbietungsökos, sondern wir wollen hier vorankommen. Das dachte ich nämlich auch in dem Moment, wo sie, wo sie ihm widerspricht, also nicht widerspricht, aber wo sie sagt, würden sie Autobahnen eher reparieren oder neu bauen? Und erst mal habe ich, habe ich, ich bin ja nicht so im Thema wie sie, ich habe jetzt gar nicht verstanden, was sie jetzt will. Also worum geht es denn da? Jetzt ist da wieder irgendeine Debatte, die ich nicht mitbekommen habe, ja, also wird gerade darüber diskutiert, ob man Autobahnen reparieren oder nicht oder wie, hä, so? Ja, sie hat diesen Vorwurf quasi bestätigt, dass es wirklich darum geht, Auto oder nicht Auto und nicht um eine bessere Mobilität für alle. Und das ist halt ein Schade, weil sie ja eigentlich zu Beginn der Diskussion ganz gut diese, diese Vision aufgemacht hat von, hey, wir wollen in einer lebenswerteren Welt leben, wo wir das, wo wir frei entscheiden können, welches Mobilitätsmittel wir nehmen, wo auch Menschen, die benachteiligt sind, eingeschlossen werden und so weiter und so fort. Und jetzt geht es halt wieder sehr in so Richtung Auto oder nicht Autos und schrüpft so ein bisschen an das, was sie davor gesagt hat, auch mit den, mit der Autosituation bei ihr in Hamburg. Ja, ich glaube auch manchmal, also das meine ich jetzt gar nicht böse, weil sie hat ja irgendeinen Antrieb und ich glaube, der Antrieb ist sehr persönlich. Ich glaube, dass sie das auf so einer persönlichen Ebene extrem stört, mich übrigens auch, wenn du so rausgehst und ich bin ja Asthmatiker und hier die Luft in der Stadt und so, an manchen Tagen ist es ganz schlimm, was ja auch viel mit den Autos zusammenhängt. Alle Parkplätze sind zu, ich als Radfahrer, auch ständig, Autos stehen auf meinem Radweg und so, also das kann ich alles total auf einer empathischen Ebene verstehen, dass das nervt, aber ich glaube, sie würde besser fahren, wenn sie diese persönliche Ebene ein bisschen zurückstellt. Also als Antrieb ist das ja okay, wir haben ja alle unsere Antriebe, so, aber sie darf, so zeigt sie quasi in solchen Momenten, wie persönlich die Sache für sie ist und das macht sie dann angreifbar. Ja, oder eben wirklich genau die Punkte erwähnen, die du gerade aufbenannt hast, also diese auf Ungerechtigkeit und dieses Ungleichsgeschehen, Gewicht, das hatte sie zu Beginn mal angesprochen, eben genau, dass ich habe irgendwie, habe schlechte Luft, ich komme mit meinem Fahrrad kaum von der Strecke oder habe halt eine unsichere Fahrradwege, darauf sich konzentrieren, dass sich das verbessert und es ist ja so, dass wenn wir halt die Fahrradinfrastruktur ausbauen und attraktiver machen und auch mehr Flächen fürs Fahrrad umwidmen, das ja automatisch dann auch gerade in natürlich Ballungsgebieten auf Flächen für das Auto weichen müssen, also dahingehend eher die positive Seite betonen und die Probleme, die es gibt und wie man diese lösen könnte und eher ein bisschen Abstand nehmen von ja, Autos sind so schlecht und weil, sie hat es ja selber beschrieben, die meisten Leute sind abhängig vom Auto, also die Frage, ob ein Auto gut oder schlecht ist, stellt sich gar nicht, die Frage ist, brauche ich ein Auto oder brauche ich es nicht? Diese Frage stellt sich. Eben, also es ist genau das und diese Frage geht aber gerade hier unter wieder in dieser Debatte und darauf macht Alexander eigentlich ganz gut, ich fand das wirklich gut, das Statement, das er macht. So ein Taken hört man das Konservative raus, man hört so ein kleines bisschen dieses, er ist dann doch eher pro Autobahn, pro Auto und so ein bisschen, aber nicht so, also wenn er dann sagt, naja, warum machen wir es nicht einfach für alle besser, dann sage ich ja und es wäre glaube ich so geschickt von ihr gewesen, an dieser Stelle sozusagen ihm rhetorisch die Hand zu reichen und zu sagen, ja, machen wir es doch für alle besser, genau, so, hier sind wir uns doch einig, ja. Genau, Christian Dülf von FDP hat das ja auch gemacht, also er hat dann zugestimmt und Ricarda Lang und Patia Dill halt nicht und ja, das hat mich auch gestört. Ja, leider nicht geschickt, also da, da hat witzigerweise Robin Alexander ein bisschen recht mit den ideologischen Gräben, ne, die sitzen da auch drin, das darf man nicht vergessen, leider. Gut, dann schauen wir mal weiter, ich glaube es geht jetzt, ich glaube Ricarda geht jetzt auch direkt, also gleich was auf, rup, jetzt, wenn ich machen kann. Also wie priorisiert man das? Aber es sind die gleichen Behörden? Wir haben ja auch, es ist ja auch nicht nur das Autobahnlang gedauern, denken Sie mal, ganz im Norden gibt es diese Fehmarn-Beltquerung, da geht es darum, Güterverkehr auf der Schiene von Skandinavien nach Festland Europa. Ich habe noch nie einen getroffen, der gesagt hat, das ist eine blöde Idee. Sollte 2021 fertig werden, neuer Starttermin ist glaube ich 2029. Das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Und deshalb wäre es doch besser, statt jetzt wieder eure bösen Autos und ihr blöden Verbietungsökos, statt das wieder aufzuführen, was wir alle schon hundertmal erlebt haben. Jetzt einfach mal zu sagen, wir machen jetzt das Bestehende einfach schneller. Kornlang. Also erstmal, wir werden kein Momentum verstreichen lassen, sondern wir werden als Regierung hier von einigen kommen bei der Planungsbeschleunigung in ganz vielen Bereichen sind wir uns einig. Da ist deutlich geworden, wo wir uns nicht einig sind. Ich kann ein bisschen nachvollziehen, dass auch viele Bürgerinnen und Bürger sagen, naja, gerade beim Thema Planungsbeschleunigung soll es da nicht ein bisschen pläuniger gehen mit der Einigung. Ich glaube, wir haben im letzten Jahr häufig gezeigt, wie handlungsfähig wir als Regierung sind. Dass wir uns natürlich bei der Frage, wie die Infrastruktur für die nächsten 10 Jahre, für die nächsten 20 Jahre, für die nächsten 30 Jahre aufgestellt werden, ein bisschen Zeit nehmen, ist glaube ich nichts Schlimmes. Am Ende werden wir bei schnelleren Planungen in diesem Land bei viel Infrastruktur rauskommen. Aber ich würde ein bisschen dem widersprechen, das so dargestellt wird, als wäre das ein erstes eine moralische Frage. Ich würde nie sagen, ich bin gegen Autos. Und ehrlich gesagt, kenne ich auch wenig Leute in meiner Partei, die das sagen. Ich bin selbst auf dem Land aufgewachsen und weiß, wie man da aufs Auto angewiesen ist. Und ich würde auch immer sagen, die Verkehrswende wird am Ende in Upfingen auf der Schwäbischen Alb anders aussehen, als in Berlin-Mitte. Sie muss aber bestimmte Parameter haben. Und aus meiner Sicht sind das zwei. Das Erste ist, ist, dass wir individuelle Mobilität ermöglichen für Leute, also mehr Freiheit schaffen. Und das Zweite ist aber, dass wir die Klimaziele einhalten, dass wir hier nicht ein Versprechen, das wir gegeben haben mit dem Pariser Klimaabkommen, dauerhaft brechen, dass wir nicht unser eigenes Klimageschutzgesetz brechen. Und das sind keine moralischen Debatten, wenn ich für oder gegen Auto. Das sind reale CO2-Einsparungen, die wir auf den Weg bringen müssen, die wir bisher noch nicht schaffen. Und darauf müssen wir uns doch fokussieren. Nicht-Moral-Debatten. Aber ist es dann so, dass, Robin Alexander hat es ja gemutmaßt, jetzt im Vorfeld der Berlin-Wahl da eine Art von Polit-Inszenierung aufgeführt wird, wenn Steffi Lemke zum Beispiel auf Volker Wissing den Kollegen einbrischt und sagt, bitte, er löst die Sektorziele nicht ein. Da muss man sich natürlich was vor Augen halten. Leicht ist es nicht, wenn man weiß, dass der Straßenverkehr 97 Prozent der Gesamtemissionen des Verkehrssektors ausmacht. 97 Prozent. Ist ja krass. Wie kriegt man denn da eine vernünftige Klimabilanz hin, wenn nicht alle Menschen sofort und auf der Stelle ihr Auto stehen lassen können und wollen? Erstmal, glaube ich, sind wir uns einig, gemeinsam, dass niemand bei uns aufeinander eintrifft. Ich glaube, das wäre auch der vollkommen falsche Weg. Es stimmt tatsächlich, das ist eine Mammutaufgabe. Das muss man ehrlicherweise sagen. Das ist für niemand einfach, weil auch sehr viel liegen geblieben ist im Verkehr, weil überhaupt nicht am Klimaschutz gearbeitet wurde innerhalb der letzten Jahre, weil viel Infrastruktur liegen geblieben ist. Nein, für jede Regierung wäre das gerade eine schwierige Aufgabe, für jeden Verkehrsminister und für jede Verkehrsministerin wäre es gerade eine schwierige Aufgabe. Da das hat, würde ich ja immer sagen, die Maßnahmen, die auf dem Tisch liegen, die am einfachsten sind, die am billigsten sind, ich habe ein paar genannt, Abbau von umweltschädlichen Subventionen. Da könnten wir innerhalb von schneller Zeit einen Klimaanreiz in die richtige Richtung schätzen, seit bisher in die falsche. Da würden wir am Ende sogar weniger Geld ausgeben als Staat. Das war eine angespannte Haushaltslage. Auch nicht schlecht wäre es. Ich würde immer den einfachsten Weg gehen. Man kann aber auch sagen, nein, das ist nicht unser Weg. Dann muss man aber Alternativen nennen. Ja, das gibt es natürlich noch so. Ricarda Lang war jetzt natürlich auch wieder sehr in der Defensive und hat sehr stark aus der Defensive auf die Vorwürfe reagiert. Auch Dinge zeneint. Zum Beispiel, dass sie an die Werden des Momenten nicht verstreichen lassen. So Leute, die sich halt auch so mit Framing beschäftigen, wissen, dass selbst wenn man was verneint, wird es aktiviert. Das heißt, was im Kopf hängen bleibt, ist, wir werden das Momentum verstreichen lassen. In so einem Fall einfach nicht wiederholen, einfach nicht darauf eingehen. Also ich kann es immer wieder sagen. Einfach die Redezeit besser nutzen. Naja, auch dieser Vorwurf, dass man nicht gegen das Auto ist, auf den sie natürlich auch nochmal eingegangen. Und was ich dann halt auch gemerkt habe hier, ist dann, dass halt wirklich dann so komplett das progressive Narrativ verloren gegangen ist. Also man ging da wieder Richtung, ja, individuelle Mobilität und Freiheit. Also das passiert tatsächlich auch sehr häufig, wenn dann so progressive Narrative nicht so abrufbar sind und man in so einer Defensive ist, dass man dann eben sich schneller auch kommunikativ den konservativen Positionen annähert. und das habe ich hier bei Picardal so ein bisschen entliebt. Ja, 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 das ist, den Eindruck hatte ich auch. Also das war es ja an einer Stelle sowieso, ja, bei einem angespannten Haushalt. Ja, Maurice Höfken springt gerade an die Decke. Das war natürlich auch wieder klar, das Sparargument wurde quasi vorbeggenommen, das Konzept, wo das da gar nicht genannt wurde gerade, das sollten progressiv natürlich nicht tun. Ja, das ist ja auch so. Aber sie glaubt ja selber daran, also deswegen. Und es ist ja auch, es ist ja auch tatsächlich so, dass wir ja auch immer noch mit neoklassischen Regeln arbeiten müssen. Und genau, also das ist ja, deswegen ist da natürlich etwas Wahres dran. Ich würde es aber trotzdem, um, um diese, dieses Bild auch mal aufzuweichen, dass es eben das Geld einfach das ist, was uns gerade behindert, würde ich sowas gar nicht einbringen, wenn es jetzt nicht gerade ganz zentral in der Debatte ist, was es nicht war. Ja, das Problem war reinfallen lassen und das ist, ja, unnötig. An der Fälle. Ich habe mal eine allgemeinere Frage. Mir ist bei ihr jetzt aufgefallen, dass sie immer mal wieder auch in den Konjunktiv fällt. Also wir würden, wir könnten und so. Jetzt mal richtig, ich mache, ich ziehe das jetzt mal so richtig, so richtig ein bisschen naiv auf. Also ich habe ja viel im Callcenter gearbeitet und das Erste, was dir im Callcenter beigebracht wird, ist niemals Konjunktive. Weil Konjunktive lassen dich unsicher erscheinen, Konjunktive wirken so, als hättest du keine Ahnung von dem, wovon du redest und so weiter. Ist das wirklich so heftig oder ist das nur so eine Erzählung? Ich denke, das ist wirklich so. Also es gibt, ich kenne dieses als auch so diese Konjunktiv-Falle, wird einem auch so in der Rhetorik beigebracht. Sollte man auf jeden Fall so meinen, deswegen wird es Konjunktiv-Falle genannt, weil eben viele Personen, insbesondere Frauen übrigens, gerne in die Konjunktive-Falle geraten und dann eben im Konjunktiv sprechen. Und als Politikerin oder Politiker ist es eben natürlich wichtig, dass man sich vorher trainiert und das so weit wie möglich aus dem eigenen Sprachgebrauch verdrängt. Deswegen rege ich mich auch immer so ein bisschen drüber auf, wenn dann so viel glaube und würde und hätte. Weil es wurde zwar gerade eben auch gesagt, hey, wir sind hier in einer super privilegierten Situation und bewerten diese Debatte. Keine Frage. Auf der anderen Seite, dass es jetzt nicht, dass es Ricarda Lang wieder sitzt. Also die ist jetzt nicht seit vorgestern Politikerin. Ja, ja, eben. Politikerin und sie kriegt auch garantiert Training. Dementsprechend wäre es da wirklich wünschenswert, wenn Progressive weniger in die Konjunktive-Falle geraten würden, weil Konservative machen das tatsächlich seltener. Ich hoffe, dass sie Training bekommen. Ich habe das Gefühl, dass auf der progressiven oder linken Seite eher wenig Training stattfindet und zumindest, vielleicht haben sie den falschen Trainer. Aber von der Argumentation her, ich glaube auch konjunktiv bei den Konservativen in der Runde findet deutlich seltener statt. als jetzt bei Ricarda zum Beispiel. Und was mir noch aufgefallen ist, das hat man uns auch notiert, dass auf den Kommentar von Anne Will, dass ja Straßenverkehr 97 Prozent des Verkehrssektors ausmachen, CO2-Emissionen anbelangt. Und dann antwortet Ricarda dann, ja, das ist eine Mammutaufgabe, das ist für niemanden einfach, es ist für alle schwer. Ja, also da spricht sie sich selbst ja auch überhaupt die Handlungsfähigkeit ab. Man sagt, eigentlich ist es egal, liebe Menschen da draußen, wen ihr wählt, weil ob ich hier sitze oder eine Person von einer anderen Partei, es ist für alle schwer und wir wissen nicht, ob wir das schaffen. Und das ist natürlich ein Armutszeug, wenn man eigentlich gerade in dieser Talkshow sitzt und versucht, für seine Politik zu werben und zu sagen, wenn ihr uns wählt oder wählen würdet bei den nächsten Wahlen, dann regeln wir das, dann machen wir das. Und das ist auch etwas, was wir leider häufig beobachten, dass man irgendwie versucht, auf progressiver Seite umarmend irgendwie zu argumentieren und zu sagen, ja, das ist für uns alle schwer, aber dadurch gleichzeitig das eigene Vertrauen auch verspielt und die eigene Möglichkeit, auch gestalterisch zu agieren. Ja, ja, das hinterlässt so das, ja, die haben ja auch keinen Plan, ne? Genau. Und jetzt vielleicht als Passat, oder wolltest du noch was sagen? Nee, ich würde nur ganz kurz, ich würde vielleicht, wenn wir mit diesem Teil hier durch sind, müsste ich mal ganz dringend verschwinden für eine Minute, ja, dass wir dann kurz Pause machen danach. Total. Wir sind auch fast durch, aber das schließt gerade ganz gut an, was es Max gesagt hat, eben, dass man das, die Haderlangen nicht gerade das Vertrauen erweckt, dass ihre Partei es regeln kann. Und jetzt im Kontrast dazu gucken wir uns mal den nächsten Redebeitrag an. DP war als eine Partei, die gegen Subventionen ist. Warum ist sie nicht gegen diese Subventionen? Es geht ja ganz konkret um die Dienstwagenbesteuerung. Ich frage, ist das eine Subvention? Nein, es ist keine Subventionen, denn sonst müsste das Geld erstattet werden vom Arbeitgeber. Das ist ja gar keine Frage. Insofern ist es eine Pauschalierung im Steuerrecht, die total sinnvoll ist. Eine Verwaltungsvereinfachung. Das ist ja sinnvollerweise Bürokratie erspart. Das muss man immer ganz an der Stelle sagen. Aber ich möchte, ich möchte Herrn Alexander, wenn ich darf, recht geben. Nämlich genau bei dieser Frage, ob wir jetzt anfangen, über einzelne Verkehrsträger zu reden und sie gegeneinander auszuspielen. Nee, Herr Dörr, Sie gehen jetzt weg von dem Thema. Da will ich jetzt aber kurz aufbleiben. Nee, dann bleib doch da gerne bei. 20 bis 25 Prozent der neu zugelassenen Autos mit dieser von Ihnen jetzt richtigerweise sogenannten Pauschale begünstigt wird. Dann kann man doch mal fragen, ist das richtig? Aber wieso sollte das falsch sein? Wenn es pauschaliert ist, vereinfacht wird. Und an der Stelle wäre ja Abschaffung eine Abschaffung attraktiver macht. Abschaffung wäre eine zusätzliche Belastung der Autofahrer und Autofahrer. Da müssen wir vielleicht mal ganz kurz auf die Gesamtzahlen schauen, Frau Willis. 30 Milliarden Euro zahlen die Autofahrer und Autofahrer in den Haushalt ein. Durch eine Kfz-Steuer, durch die Lkw-Mord, durch die Mineralsteuer und so weiter. Für den Straßenfernverkehr im Bund geben wir gerade mal 8,5 Milliarden aus. Für den UPNV übrigens 9,5 Milliarden, was ich auch für richtig halte. Ich will die Verkehrsträger nicht gegeneinander ausspielen. Aber so zu tun, als ob das Auto sozusagen massiv finanziell profitieren würde, ist objektiv nicht richtig. Und nochmal, eine Pauschalierung, Vereinfachung, die wieder zurückzunehmen, das ist schwer mit der FDP zu machen. Aber alles tun für alle Verkehrsträger, beispielsweise, weil Sie es gesagt haben, Kaudil, für den UPNV, das digitale Deutschland-Ticket. Wir können jetzt überall in Deutschland mit einem digitalen Ticket den UPNV-Ticket. Gucken wir uns das gleich noch an. Also das macht doch Sinn, beides zu tun. Und nochmal, dieses moralische gegeneinander ausspielen, der Verkehrsträger hielt ich bepeilsch. Und die Ampel ist sich, das vielleicht noch zum Abschluss, ist sich ja bei den meisten Dingen einig in der Planungsbeschleunigung. Jetzt geht es noch ganz korrupt, es geht darum, ob wir beschlossene Autobahnen auch schnell bauen wollen. Da sagte ich ja. Das sehen die Grünen zurzeit noch anders, aber ich bin mir sicher, am Ende kommen wir zusammen. Warum, Herr Alexander, haben Sie? Ja, was mir jetzt aufgefallen ist, so Kontrast zu Ritala-Lang-Statement, das ist natürlich jetzt ein anderes Thema, weil er ist auf dieses Dienstwagen-Kribileg eingegangen. Aber er eben, obwohl er ja eigentlich da angefestet wurde, auch von Anne Will selbst, ist er ganz klar bei den Vorteilen geblieben, auch wenn das natürlich so ein bisschen deinen Haaren dabei gezogen war, aber eben unbürokratisch, Entlastung, betrifft viele Menschen. Und das ist eben so eine Kommunikation, die ich mir dann auch öfter von progressivem wünschen würde. Naja, dachte ich auch, als ich ihn so hörte. Und er macht ja dann noch den Kniff, dass er dann sagt, ja, ich möchte Robin Alexander hier zustimmen. Wir wollen ja bla. Und dann, also im Grunde die Chance ergreift, die weder Katja Diehl noch Ricarda Lange ergriffen haben hier. Hm, schade. Ja. Ich glaube, wir sind so eigentlich fast am Schluss von diesem Beitrag. Wir haben jetzt noch einmal Robin Alexander. Genau. Und dann können wir das Ding abschließen. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen nach vorne schieben. Ja. so Bahn zu bauen, dann fehlt uns das woanders. Und das fehlt mir in der Debatte. Nein. Ich will auf die Schiene gucken jetzt mit Ihnen. Bevor wir das liegen lassen, das wäre fatal. Herr Alexander, gibt jetzt ein tolles Deutschland-Ticket. 49 Euro kostet das im Moment. Meinen Sie, das kann die Verkehrswende bringen? Na, die Frage stellen heißt doch, sie beantworten. Natürlich nicht. Ich gönne jedem seine Benidio-Bahnfahrkarte. In Berlin ist gerade Wahlkampf, da zahlen wir nur noch 29 und das wird in künftigen Wahlkämpfen immer so sein, dass die Leute immer sagen, wir werden noch billiger. Alles okay. Aber das Entscheidende ist doch das Angebot. Ja. Ja. Und was haben wir mit der Bahn erlebt? Das letzte halbe Jahr nach vor Weihnachten. Das war doch der Horror. Was haben wir alle gestanden? Was haben wir alle gewartet? Die Leute haben sich einen Witz daraus gemacht, das auf Twitter zu stellen. Und das ist schlimm. Mein Großvater war Bahner. Die waren stolz. Die haben gesagt, du kannst die Uhr stellen, wann der Zug kommt. Wie ist das in Deutschland, dass diese Infrarstuze verrottet ist? Durch die vorherigen Verkehrsminister. Ja, jetzt wird wieder Andi Scheuer gekreuzigt. Nee, Andi Scheuer will ich gar nicht kreuzigen. Aber Deutschland ist ein Land, was immer mehr in die Straße steht. Ich wollte noch zu Ende sagen. Und jetzt haben wir eine Situation, dass Züge auf der ganzen Welt moderner und schneller werden. Und unsere können niemals über 300 fahren, weil das gibt das Netz nicht her. Das kann doch nicht unser Ernst sein. Aber in Italien... Egal, ob man grün ist oder konservativ, das will doch keiner. Dann funktioniert das WLAN da nie. Die Leute werden bekloppt. Man kann überall auf der Welt, überall nicht, aber in entwickelten Ländern Bahn fahren. Bei uns klappt das nicht. Und, und, und. Und jetzt könnte doch die Ampel sagen, wir sind die Fortschrittskondition und Fortschritt sind, wir machen ein super polnliches Schienennetz. Und wer wäre denn dagegen? Und das wäre eine relevante Debatte. Und nicht Partybuch und Dings und Dings und der ganze Kram. Sondern wer doch angesagt hier. Genau das tun wir. Digitalisierung der Schiene macht es besser. Da ist ganz, ganz viel liegen geblieben, aber das ist verschüttet in der Vergangenheit. Da bin ich ja dabei. Deswegen müssen wir in die Zukunft schauen. Und das heißt Ausbau der Schiene und zwar massiv, auch mit mehr Mitteln, keine Frage. Digitalisierung der Schiene und bessere Erreichbarkeit im Zug. Volker Wissing hat die ersten Schritte gemacht. Das ist ja verbessert worden. Das Bahnnetz, also das Mobilfunknetz entlang der Schienenstrecke, das funktioniert mittlerweile besser, noch nicht überall perfekt. Aber da sind erste Schritte gemacht worden. Unpünktlich wie noch nicht. Selbstverständlich. Dabei ist Wann erkennen Sie dann eine Verbesserung? Ich sagte ja gerade, dass Investitionen die notwendig sind, damit wir in Zukunft schneller und besser werden. Bisher dauert es, nur ganz kurz, um mal die Dimension der Planungsbeschleunigung, was das für die Schiene bedeutet, zu sagen. Bisher dauert es in Deutschland 18 Jahre, bis ein Schienenprojekt fertiggestellt ist. Das Kind ist geboren und beim 18. Lebensjahr bei der Volljährigkeit kann es dann schon in den Zug steigen. Das darf natürlich nicht sein. Deswegen brauchen wir auch bei Schienenprojekten Beschleunigung. Und nochmal, ich halte nichts davon, den einen Verkehrsträger gegen den anderen auszuspielen, sondern sagen, wir müssen überall schneller werden für Verkehrsprojekte, auf die wir uns gemeinsam geeinigt werden. Ich will super Schienenverkehr, ich will einen super ÖPNV haben. Das gehört zu einer modernen Gesellschaft dazu. Wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Da ist was falsch gelaufen in der Vergangenheit und lieber Kollege Frei, da muss ich die Union an die eigene Nase fassen, aber jetzt wollen wir es besser machen. Erste Schritte gemacht, weitere werden folgen und jetzt ein bisschen Geschwindigkeit bei der Planung. Sie sagen, dass die Befährige... Herr Frei muss uns antworten. Ja, war jetzt auch noch spannend zu sehen, wie Womin Alexander von der Welt ja auch eigentlich relativ progressiv wieder argumentiert. Also auch so ein bisschen zeigt, hey, okay, ist gerade unpünktlich, ist gerade uncool, man hat kein WLAN. Auch so sehr lebensnah, sehr lebensanschaulich beschreibt, was haben wir alle gestanden, was haben wir uns alle genervt und dann haben wir doch auf Twitter gepostet, wie blöd das ist und das muss sich ändern und hier Christian Dürf und FDP springt natürlich sofort drauf und ja, das werden wir auch ändern. Und auch da wieder ein Thema Konjunktiv, es kam glaube ich gerade auch noch in den Chat kurz auf, also selbst wenn man jetzt noch nicht gerade die Voraussetzungen hat, um zu sagen, ja, das werden wir auf jeden Fall tun, hilft es trotzdem, das zu sagen, weil das ist ja nun mal der Anspruch der Politik und der jeweiligen Partei, das auch zu tun, wenn es nur um Wollen würden und keine Ahnung was geht und könnte, dann müsste man diese Parteien ja nicht wählen. So ist es, ja. ja, ich finde, ich fand es ein bisschen schade, dass Katja Diel da ihrem Trigger nachgibt in dem Moment und ihm erstmal erklären will, das wissen wir ja alle, dass vorige Verkehrsminister dafür verantwortlich sind und dann hätte man auch sagen können, Privatisierung und dies und das, das wissen wir ja alle, nur dann sind wir wieder in so einer Kreiseldiskussion, hier wäre es echt geschickter gewesen, einfach mit ihm den Schulterschluss zu machen und zu sagen, ja, das muss einfach besser werden. und er macht das ja, er argumentiert ja jetzt auch nicht nur als Journalist, sondern auch so ein bisschen als Bürger, also auch aus der Rolle des Bürgers, der gerade selber betroffen ist von dieser, von diesem Bahnchaos, von diesem, davon, dass die Dinger immer zu spät kommen, dass das kein WLAN gibt, was er halt alles beschreibt, ja, das kann er so lebensnah beschreiben, weil er als Journalist selber wahrscheinlich ständig mit der Bahn unterwegs ist und ihm, ich gehe davon aus, dass er, ihm das auch nervt, dass das nicht funktioniert. So und hier kann man doch wunderbar, hätte Katja Diel wunderbar mit ihm zusammen sagen können, ja, wir sind hier Bürger, wir wollen, dass das beide besser wird und wieso macht ihr nicht besser? Ja, so. Und diese Rolle nimmt halt der FDP ein und das ist so. Ja, ja, er nimmt die, ja, ich meine, ich wusste, das hat doch Dorpinsel, glaube ich, geschrieben, Digitalisierung der Schiene, was soll das sein? Ja, es ist aber trotzdem wieder so ein Framing, ich glaube, das kann verfangen so ein bisschen, ja. Ja, wobei, wer glaubt in Deutschland noch, dass wir irgendwann mal die Digitalisierung hinkriegen? Hand hoch. Zufall. Ja. Ein bisschen Kopfkrabbel. Genau. Einmal Grillenzirpen einblenden. Ja, ja, also, ich finde tatsächlich Robin Alexander's Statements hier richtig gut. Ich finde es halt nur schade, dass die Progressiven da nicht mit draufspringen, weil, weil man so sehr innerlich auch so diesen Gegner vor sich hat, weil eigentlich hätte ich von einem Weltjournalisten das jetzt auch nicht erwartet, ganz ehrlich. das war auch verurscht. Aber da siehst du, dass man auch in der Weltredaktion immer noch, dass es dann doch noch ein bisschen diverser zugeht, als man manchmal glaubt, mit den Grundhaltungen. Und ja, ja. Ja, und auch das ist eigentlich, da kommen wir wieder zum Thema Wohlstand, dass eigentlich alle Menschen schon eine sehr ähnliche Vorstellung haben, was Wohlstand bedeutet, dass man günstig von A nach B kommt, dass es dazu pünktlich kommt, dass das B-Lander funktioniert. Also es gibt natürlich gewisse Dinge, da ist es auch egal, ob man jetzt konservativ oder progressiv ist. Das ist einfach, Wohlstand können Menschen eigentlich schon relativ klar für sich begreifen und wissen, was das für sie bedeutet in meinem täglichen Leben. Genau das muss halt aufgerufen werden und er macht das in seinem Statement sehr gut, bringt auch noch seinen Urbrustvater oder was das war, mit rein und sagt, man konnte früher die Uhr nach der Bahn stellen, so pünktlich kamen die jedes Mal. Also auch deutsche Pünktlichkeit ist ja eigentlich auch ein Wert gewesen, den international bekannt war. Das wurde alles aufgegeben oder findet einfach nicht mehr statt und von den ganzen Bauprojekten wollen wir ja gar nicht erst anfangen zu reden. Also ich glaube, das ist auch was, was ja selbst Konservative bewegt und das ist aber genau diese Gemeinsamkeiten, die wir progressiv und konservativ haben, auf die dann in der Kommunikation eingegangen werden muss, weil genau das ist doch dann, das ist die Ebene, wo man Mehrheiten für seine eigene Partei, für seine eigenen Positionen bekommen kann. Wenn man eben deutlich macht, es geht uns hier um uns alle, es geht darum, dass es uns allen besser geht, dass wir Wohlstand für alle haben, dass sie Züge pünktlich kommen, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, in Zug zu steigen und das bringt er hier eigentlich sehr gut in die Debatte ein und bringt auch dadurch sogar den FDPler dazu zu sagen, ja, ich möchte auch, dass es eine gute Bahnverbindung gibt, obwohl er eigentlich in dem Rest der Debatte die ganze Zeit nur davon redet, dass er Autobahnausbau nicht denkt. Es geht noch weiter, der FDPler sagt sogar, da muss auch Geld reingesteckt werden, keine Frage, sagt er. Also das ist schon, dachte ich auch, das ist ein dicker Zuspruch jetzt gerade. Nicht, dass Volker Wissing nachher mit ihm schimpfte. Also, das ist so. Ja, aber, ja, ich hoffe halt einfach, dass dieses, also er hat, Robin Alexander hat ein Stück weit recht mit diesen ideologischen Grabenkämpfen und bei einem Thema, das uns wirklich alle angeht, muss das, glaube ich, ist es hilfreich, wenn das aufhört. Wenn wir da, also, wenn man da nicht sofort dann, nur weil der das Gegenüber irgendwie von der anderen Seite kommt, ja, und dann ist es auch noch eine potenzielle Reizfigur, ein Weltjournalist, ist für viele eine Reizfigur, gerade für Progressive, dass man da vielleicht mal doch erstmal zuhört, was der sagt und ob man sich damit nicht doch arrangieren kann erstmal, ne? Weil er hat jetzt wirklich nichts gesagt, wo jetzt irgendwer sagen könnte, boah, da bin ich aber gegen. Da bin ich aber, da bin ich aber, ne, ich will keine Bahn, die funktioniert, ich will kein WLAN. Ne? Warum? Ja, weil es der Weltmann gesagt, hat. Ja, und er hat ja noch den Preis mit eingebracht, weil das kommt jetzt sozusagen im Nachhinein noch, das müssen wir uns auch nicht nochmal angucken, aber er sagt halt die Kader-Nagg auch noch ganz klar, wir brauchen beides, wir brauchen Ausbau und günstiges Tickets, um eben Menschen die Teilhabe zu ermöglichen und weil Mobilität auch im Grundrecht ist. Und das sagt er natürlich jetzt nicht genauso, aber er sagt es eben, ja, ich gönne das den Leuten, ich gönne das allen und sollen sie alle ihr günstiges Fahrticket haben, wenn ihm es jetzt 29 Euro, warum nicht? Und also es ist einfach sehr anschlussfähig, weil er genau diese Sachen überwindet, diese Diskussionen, die von denen gerade alle Menschen genervt sind und die die Apple gerade führt und dadurch alles blockiert. Vielleicht nervt ihn das auch, dass er vielleicht schon die nächsten Tage schon wieder in der Redaktion die nächsten 18 Leitartikel in diese Richtung anweisen muss. vielleicht will er auch einfach mal andere Themen verbraucht sein. Ich glaube, dass genau diese Grabenkämpfe, die er ja anspricht, immer dieses eine Seite, andere Seite, dass sie eben auch durch die Kommunikation entstehen. Also alle Sachen, die wir hier aufgezeigt haben, dass Progressive eben nicht inklusiv kommunizieren und eigentlich diese Idee, die ja häufig von der Gegenseite kommt, dass sie Autos verbieten wollen, auch immer wieder aufnehmen und wiederholen und statt zu sagen, also das gar nicht erst zu wiederholen, sondern zu sagen, ich möchte, dass es eine Wahl gibt, dass alle, dass Menschen unabhängig vom Auto sind. Also das eigentlich zu wiederholen und genau diese gemeinsame Ebene in die Mitte der Kommunikation zu stellen, das würde auch dazu führen, dass dieser Graben auch wieder ein bisschen kleiner wird und dass natürlich auch auf der anderen, auf der grünen Seite in dem Fall oder auf der linken Seite, progressiven Seite, auch mehr Mehrheiten entstehen können, wenn man eben anders kommuniziert und dann würden diese Debatten vielleicht auch ein bisschen anders ablaufen. Ja. Könnten wir dann kurz das Päuschen machen? Ich glaube, es ist jetzt eh die Frage, ob wir noch von jederer machen, weil wir sind jetzt mit den Notizen von unserem, für diesen Stream, diese Debatte am Ende. Das hat gerade schon so ein schönes Schlusswort gehört. Ja, ich bin aber auch, also wir haben jetzt auch halb elf, ich bin auch müde, ich weiß, ich weiß, ihr da draußen seid die vier Stunden Streams gewohnt, aber ja, es kommt wieder. es kommt wieder. Wir haben jetzt ein neues Setup, wir können jetzt auch ein bisschen einfacher streamen und deshalb vielleicht die Frequenz einfach zu erhöhen. Ja, also das Ding, das Setup ist der Hammer, also das funktioniert alles sehr, sehr easy. Genau, liebe Leute, dann machen wir Schluss jetzt an diesem Punkt. Wir danken euch, dass ihr da wart, lasst uns Likes und Abos und ihr wisst schon, fünf Sterne Bewertungen und erzählt eurer Oma, das es uns gibt, dass die auch mal hier reinguckt. Ich habe gar kein Twitch, ja, ist egal, Oma, hier, macht ihr einen Account, ja, so. Genau, ich habe, ihr könnt auch gerne bei mir, auch bei YouTube vorbeischauen, beim Filterblasen Podcast, da habe ich auch noch mal die Ilna-Sendung in einem einstündigen Video auseinandergenommen, also vor allem den, also ich habe mehr so Debunking gemacht, da geht es weniger um die Kommunikationsebene, sondern eher so, was für ein Unsinn erzählen Linnemann und der Handwerkspräsident da. Ja, habt ihr noch was anzukündigen, noch was zu sagen? Hier ist nur eine Frage, auf die würde ich gerne einstellen. Ich wünsche mir sie gerade im Chat noch eingeblendet und zwar fragt hier Dorpinsel, bisher haben wir zumindest nach meinem Empfinden Debatten gesehen, wo die progressive Seite im Wintertreffen ist. Kennt ihr vielleicht Debattenbeispiele, wo die Debatte zugunsten der progressiven Seite ausgeht. Da ist eigentlich die Debatte ein ganz schönes Beispiel, die wir uns beim letzten Mal angeguckt haben, und zwar die, da ging es um Erbschaftssteuer. Die hatte Thilo Jung moderiert und auch Martina Linathas dabei. Genau, die müsstet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von Critical Media finden. Und genau, die war deutlich progressiver, da waren die Progressiven deutlich stärker vertreten und Thilo hatte die Debatte auch in eine sehr progressive Richtung gelenkt. Genau. Aber leider muss man auch sagen, dass es wenig Beispiele gibt. Aber ich glaube, bei den heutigen Debatten war es insofern, dass progressive Statements eben, also es ist nicht schwarz-weiß, die Statements können auch von anderen Personen kommen, die man eher vielleicht als konservativ einstufen würde. und das bestätige ich auch nochmal die Framing-Forschung im Sinne, dass diese, dass wir alle Menschen haben beide Wertesysteme in uns. Und das eine ist stärker ausgeprägt, das andere schwächer ausgeprägt. Und deshalb wir auch miteinander reden und von verstehen, was wir wollen. Ansonsten würde es ja gar nicht funktionieren. Aber deshalb kann es eben auch sein, dass Menschen auch, die man eher vielleicht als konservativ einstufen würde, progressive Statements abgeben, narrative erzählen. und genau das ist wichtig, dann in dem Moment das zu unterstützen und die gemeinsame Ebene zu suchen und zu finden und dann auch das weiter zu verbreiten und zu stärken, dass eigentlich die Gemeinsamkeiten wieder in den Vordergrund kommen und dass die progressiven Werte vor allen Dingen wieder auch in der Debatte stattfinden. So ist es. Wie gesagt, wenn ihr was findet, macht dazu mal was, auf jeden Fall. Also wir freuen uns da selber immer sehr drüber, wenn da was kommt. oder ja, wenn auch Leute was sehen, gerne dann auch schreiben. Also genau, das Projekt von Max und mir ist ja auch eingeblendet progressive Perspektive. Wir haben eine Webseite, findet ihr unter progressive-perspektive.org und da ist auch eine E-Mail-Adresse verlinigt. Also falls ihr Debatten seht, die ihr spannend findet und die ihr für sehr progressiv haltet, dann schickt die uns gerne zu und dann machen wir da super gerne einen Stream zu. Genau. Und da findet ihr auch ein Newsletter, wo wir ungefähr einmal im Monat zu einem Thema etwas schreiben, ein paar Narrativ erklären, erläutern oder auch analysieren. Neulich haben wir zum Beispiel die Plakate der Linken, der Berliner Linken analysiert, weil natürlich hier in Berlin der Wahlkampf stattgefunden hat. Das war auch sehr spannend, progressive Kommunikation auf Plakaten. Genau, also schaut da gerne vorbei. Ihr findet auch alle älteren Newsletter-Beiträge auf der Webseite zum Nachlesen, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt. Und genau, damit bedanken wir uns auch von uns, von unserer Seite, für euer Zuschauen. Genau, ich habe den Link gerade noch mal in den Chat gepostet. Genau, ja, vielen Dank auch. Dann euch allen eine gute Nacht und bleibt alle gesund und bis zum nächsten Stream. Macht es gut. Macht's gut. Tschüss. Und... Und...